St. Pauli, St. Pauli, St. Pauli! Moin, 21. Mai, 19.10 Uhr, Milanton, elfte Sendung. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier zu sechst im Konferenzraum der Fanräume. Gucken nicht mehr auf den Dom, weil der ist zum Glück abgebaut, dafür auf strahlenden Sonnenschein. Und es war unfassbar warm, von daher freuen wir uns alle, dass wir hier kalte Getränke auf dem Tisch stehen haben. Ich fange mal rechts von mir an. Stefan, hallo, herzlich willkommen wieder. Ja, stark, elfte Sendung schon, verdammt. Boah, ich bin erst das zweite Mal hier. Ausbaufähig. Ja, sorry, aber ich bin da, hallo. Zu seiner Rechten, Wolf, nabend. Hallo, ich trinke gerade Viva con Agua, da steht laut drauf, aber da ist überhaupt keine Kohlensäure drin. Also ich habe irgendwie die Muggelpackung erwischt gerade. Das fühlt die Sendung vielleicht nicht so schlimm. Zu seiner Rechten, unser heutiger Stargast, hallo Thomas. Gast, ja, Stargast, das ist was anderes. Naja, erzählen wir gleich mehr zu. Zu seiner Rechten, Sebastian, nabend. Nabend, hallo. Und ich freue mich so, dass der Dom weg ist. Und last but not least, zu meiner Linken, Christoph. Guten Abend. Wunderbar. Ja, wir haben tatsächlich noch nicht ganz ein Jahr rum, aber zumindest unsere erste Saison abgeschlossen und finden uns jetzt hier ein, um so eine Saisonabschlusssendung zu machen. Aber tatsächlich wird der erste Teil damit bestritten werden, dass wir uns einem ganz speziellen Thema widmen. Und dazu ist besagter Gast da. Der Gast ist nämlich Thomas Meckle, der Trainer unserer U23. Zunächst mal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Und wir haben unfassbar viele Fragen an dich bekommen. Aber erzähl doch erstmal, wie geht es dir so mit deinem Team? Ihr habt noch ein Spiel. Es ist eine Saison, die relativ gut gelaufen ist. Wie siehst du euch momentan? Bist du rundherum zufrieden? Wir haben ja schon am Anfang der Saison thematisiert, dass wir uns von Tabellenplätzen loslösen wollen. Soweit es nicht darum geht, dass wir auf dem Abstiegsplatz stehen. Das Entscheidende ist bei den Jungs die Entwicklung. Und wenn man jetzt so sieht, wie sich die Jungs entwickelt haben, was wir für den Fußball spielen, wie es in der Hinrunde aussah, wie es in der Rückrunde aussah, dann ist das schon eine sehr gute Entwicklung, die die Jungs genommen haben. Und das ist jetzt mal so ein allgemeines, globales Fazit, dass die Jungs echt eine super Entwicklung genommen haben. Es war echt eine schöne Saison mit ihnen. Wir haben ganz viele 94er, Jahrgang 94 in unserem Kader, viele aus der A-Jugend, aus unserer U19 hochgeschossen, weil wir bewusst gesagt haben, wir wollen Talente ausbilden, wir wollen mit unseren eigenen Jungs arbeiten. Und da war klar, dass man am Anfang in so ein kleines Lüb hineinfällt. Aber wie sie sich daraus gekämpft haben, das zeigt schon von ungemeinem Charakter. Aber davon waren wir auch am Anfang der Saison überzeugt, dass das ein sehr charakterstarker Jahrgang ist. Nach der Hinrunde gab es Platz 17 mit 16 Punkten. Und ich habe in der Winterpause von Eva Kallar auf Facebook gelesen. Ich bin total entspannt, weil das sind alles Leute, die aus der A-Jugend kommen und die werden in der Rückrunde schon ihre Punkte sammeln. Und wenn man jetzt guckt, noch ein Spiel weniger in der Rückrunde gehabt, trotzdem 27 Punkte. Genau das, was du sagst, super gelaufen. Wir haben von unserem Hörer Stefan geschickt bekommen, wenn ihr gewinnt in Kloppenburg am Freitagabend, dann wäre sogar noch Platz 8 drin. Schlechter wäre maximal Platz 12, was noch erreichbar ist. Das wäre ja dann die gleiche Platzierung wie die Profis, wenn ihr Achter werdet. Ist das intern eure Benchmark, die ihr da erreichen wollt? Nein, wir haben immer gesagt, dass wir das Maximum in der Rückrunde erreichen wollen. Nachdem wir dann in Flensburg nicht gewonnen haben, war klar, dass das Maximum der achte Tabellenplatz ist. Und das wollen wir jetzt auf Verderb erreichen, weil am Ende geht es immer darum, dass sich eine Fußballmannschaft Ziele setzt. Und wenn man am Ende keine Ziele mehr hat, dann ist die Spannung raus. Und wenn die Spannung raus ist, dann wird man auch weniger Spiele erfolgreich gestalten. Deshalb haben wir immer gesagt, wir wollen unbedingt den achten Tabellenplatz. Und deshalb bin ich auch froh darüber, dass auch viele Fans mitfahren werden, viele U23-Sympathisanten. Damit die Jungs da auch nochmal einen Kick bekommen. Hey, wie geil ist es, dass da 100, 150 Leute wegen uns nach Kloppenburg fahren und dass sie da echt marschieren. Haben ein bisschen Probleme. Ich habe gerade im Moment immer nur 19 Leute auf dem Feld, weil wir sehr viele Verletzte haben. Abstellungen, Abiturprüfungen, muss man auch alles mit einberechnen. Moment gerade, aber trotzdem glaube ich, dass die Jungs am letzten Spieltag mächtig Gas geben werden. Sehr gut. Ja, man denkt mal natürlich, das war noch Zeit. Als Fußballer und Abitur als komplette Gegensätze gesehen würden, hätten wir das Problem gar nicht. Verdammte Bildung. Das ist die wahre Bildungskrise im Fußball. Ich bin hier für die albernen Einwürfe zuständig. Die Kompetenz sitzt gegenüber. Wir haben uns hier sehr schön eingerichtet. Ja, wieder zurück zu den Sachfragen. Sachfragen, ja, sehr schön. Ich gestehe, ja, ich habe relativ viele U23-Spiele gesehen. Wobei die wohl beeindruckendste war die Fahrt nach Reichede über sämtliche Dörfer dieser Welt, wo man mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht hinkommt. Und das war für mich tatsächlich furchtbarer Amateurfußball. In der ersten Halbzeit gar nicht von uns, weil da haben wir ganz gut gespielt. Und dann haben wir uns von dieser, ich will nicht sagen Kegeltruppe, weil es klingt sehr abwertend, aber wenn ich die körperlich gesehen habe, sahen die teilweise so aus. So ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Jetzt, wir haben vorhin schon kurz gesprochen, nächstes Jahr kommen wieder sehr viele Ardenjugendliche hoch. Wie erklärst du denen, dass man in der Eichede ein bisschen mehr kämpfen muss? Ich glaube, das hat gar nichts mit Kämpfen zu tun, sondern die Jungs aus der U19 sind halt auch nicht gewohnt, dass sie gegen Männer spielen, die technisch und athletisch unterlegen sind, aber am Ende im Zweikampf richtig fies agieren. Sondern dann auch mal den einen oder anderen Spruch fallen lassen, über Härte unsere Jungs beeindrucken. Und das sind Erfahrungswerte, die sie da mitnehmen. Und dann machen wir es beim nächsten Mal besser. Aber Maik, du hast recht, Eichede war für mich, also das war für mich das allerschlimmste Spiel. Weil ich habe es genau so gesehen wie du. Am Ende standen die dann im Trikot da, haben eine Kiste Bier gesoffen, im Trikot Hose an, Fußballschuhe aus, so wie bei Teutonia nach dem Spiel in der Kreisliga B, haben da noch eine Kippe dazu angezündet. Und dann kommen wir dorthin, haben 80 Minuten alles im Griff, müssen praktisch das zweite, dritte machen, schaffen es nicht. Und wie aus dem Nichts heraus verlieren wir das Spiel 3-1 und das. Das sind aber Erfahrungswerte, die gerade die Jungs mitnehmen müssen. Und dann setzen sie es im Normalfall auch gut um. Da muss der Lerneffekt dann eintreten. Sebastian. Ist es denn dann, wenn du jetzt von Erfahrungswerten sprichst, und die sind irgendwie alle noch unglaublich jung, ist es dann vielleicht sogar besser, wenn man mal solche Negativerlebnisse drin hat, damit da auch was passiert? Oder wäre es optimaler, wenn ihr die ganze Saison alles gewinnt? Ich glaube, diese Negativerlebnisse prägen auch ein. Wenn du jetzt so ein Spiel gewonnen hättest, dann hätten sie es gar nicht wahrgenommen, was sie eigentlich tun müssen, um Spiele zu gewinnen. Sondern dann wird es als Normalität angesehen. Auch jetzt gegen Havelse. Havelse hat uns direkt vorne gepresst, hat zugestellt, hat mit einer Robustheit angelaufen, im Tempo angelaufen, im Männerfußball gut angelaufen. Und da waren die Jungs dann vom Kopf her noch gar nicht so schnell dabei. Und das sind alles Erfahrungswerte, aus denen sie lernen. Und am besten lernen sie daraus, wenn sie dann auch tatsächlich hinfallen. Das ist wie bei meiner Tochter, wenn ich zu ihr sage, die Herdplatte ist heiß, guckt sie mich an. Klar, Papi, die ist heiß. Ja, ja, klar. Aber am Ende glaubt sie es mir erst, wenn sie draufgefasst hat und dann die Schmerzen gespürt hat. Deshalb ist es dann auch ganz gut, mal solche negativen Erfahrungen zu machen. Aber insgesamt, glaube ich, ist es der Mix, der es ausmacht. Auf der einen Seite negative Erfahrungen, positive Erfahrungen. Und daraus entsteht dann eine Entwicklung. Aber die Entwicklung kann man als Trainer nur unterstützen. Am Ende müssen die Jungs dann durch die Tür gehen. Und das haben sie echt klasse gemacht. gesagt, du musst die Entwicklung aufnehmen. Wenn der Trainer sagt, Jungs, Eichedde spielt robust Fußball. Ihr müsst dagegen halten. Ihr müsst da bereit sein. Ihr müsst euch jetzt darauf einstellen, was gleich kommt. Wenn dann einer in der Kabine sitzt und sagt, glaube ich dem Trainer eh nicht, dann wird er gegen eine Wand laufen. Und wenn er das drei, viermal so sieht, dann ist dann auch kein Entwicklungsprozess zu sehen. Christoph. Wie verhindert man denn, oder wie vermittelt man dann Dinge, für die man die Erfahrung jetzt so noch nicht haben kann? Also am Anfang der Saison musstet ihr euch ja erst zusammenfinden. Team ja auch sehr jung, ganz viele aus der A-Jugend dabei, hattest du ja schon erzählt. Wie erzählt man denen dann, dass sich das finden wird? Weil da können sie ja nicht aus der Erfahrung dann gehen, weil sie das auf dem Level ja noch nicht kennen. Kommt das dann, hilft dir dann auch deine Glaubwürdigkeit, dass du das als Profi schon alles erlebt hast in guten und schlechten Phasen? Es geht gerade zu Beginn darum, eine eigene Strategie zu entwickeln. Das heißt, wie wollen wir ohne Ball agieren? Wie wollen wir mit Ball agieren? Wie wollen wir in den Umschaltsituationen agieren? Dass man ihnen gewisse Handlungsmuster oder Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand gibt, dass sie dort schon mal Sicherheit haben. Das andere, deshalb versucht man ja auch gerade Testspiele gegen sehr robuste Mannschaften auszumachen. Das ist dann wieder das nächste Thema. Und so tastet man sich dann an der Saison ran. Es ist ja genauso, wie du es gesagt hast. Am Ende glauben sie es halt nur, wenn sie es selbst erfahren. In der Hoffnung, dass es gut ausgeht, aber manchmal geht es halt auch nicht gut aus. Aber die Erfahrung müssen sie machen. Die haben wir alle in gewissen Bereichen gemacht, ob Fußballjob oder wie auch immer. Aber da kann man sie dann nicht schützen. Also ausbildungsmäßig war es dann jetzt eine Saison wie vom Reißbrett quasi. Alles erlebt, ein bisschen Hängefase gehabt und dann gemerkt, kommt trotzdem hin. Aber auch nicht zu überlegen gewesen, sonst würden sie dann vielleicht abheben und so. Das siehst du ja gerade bei jungen Spielern. Du merkst, im Sommer, in der Sommervorbereitung, die Sonne scheint draußen. Es ist bis 22 Uhr hell draußen. Glückshormone, sie freuen sich, dass sie in den Herrenfußball kommen. Dass eine neue Aufgabe auf sie zukommt. Und alle sagen, oh ein toller Schnitt, jetzt kommt eine ganz tolle neue Erfahrung auf dich zu. Du spielst jetzt U23 bei St. Pauli Übergang. Herrenfußball, da werden noch viele Hormone ausgeschüttet. Dadurch funktioniert vieles. Dann verlieren sie ein bisschen den Boden unter den Füßen. Dann verlieren sie ein, zwei, drei Spiele und plötzlich fangen sie an zu überlegen. Dann wird schon mal herbstlicher draußen, kälter, dunkel draußen. Und plötzlich sind sie da in so einem Loch drin. Und aus dem Loch muss man die Jungs dann wieder rausholen. Wir waren in dem Loch auch drin bis zum 14., 15. Spieltag. Dann kam Werder, wo wir schon echt gut gespielt haben. Wolfsburg haben wir echt gut gespielt, haben dann die Punkte nicht geholt. Und den Entwicklungsschritt hat man dann auch vom Ergebnis her am letzten Spieltag vor Weihnachten gegen Wilhelmshaven gesehen. Und da muss man dann auch wieder sagen, Dezember, Januar hatten wir dann keine Punktspiele. Und das sind dann auch wieder zwei Monate. Stellt euch nur vor, wie sich eure kleinen Kinder in zwei Monaten entwickeln. Und das ist dann auch bei Fußballern so. Dann sind viele Dinge automatisiert. Dann sind sie im Kopf frei für neue Inhalte, für neuen Input. Und dadurch findet dann die Entwicklung. Und dadurch wird dann die Entwicklung gefördert. Hattest du von den Spielen her Highlights? Also das ist gerade das Wilhelmshaven-Spiel angesprochen. Danach kam dann gleich das Derby, was ihr aus Fetz dann ja gewonnen habt. Habt ihr nach dem Derby-Hinspiel, was ja am Millern-Tor war, mal gesprochen, dass das ein besonderes Erlebnis war? Gerade im Vergleich zu den Heimspielen einer hohen Luft? Natürlich haben wir darüber gesprochen. Für mich gab es dann zwei interessante Beobachtungspunkte. Das war auf der einen Seite das Derby gegen den HSV, Millern-Tor, 4.500 Zuschauer. Und das Spiel gegen den HSV, gegen eine Mannschaft aus der gleichen Stadt. Und das nächste Spiel war unser Live-Spiel am Montagabend gegen Meppen. Kameras waren aufgebaut. Field-Reporter wie beim Montagabend-Live-Spiel. Man konnte sich schon ähnlich wie ein Profi fühlen. Wie gehen sie mit der Situation um? Und ich kenne ja meine Mannschaft auch ein bisschen. Die sind beim Hinspiel im Derby eingelaufen, ganz klein gewesen, haben nach links und rechts geguckt und konnten es gar nicht fassen, dass wegen ihnen 4.500 Zuschauer da sind. So, da hast du so richtig gemerkt, ist das spannend hier. Ja, und da war der Fokus gar nicht auf den Fußball gerichtet. Und so haben sie dann auch Fußball gespielt. Nichtsdestotrotz haben wir dann das Spiel wegen eines Freistoßes verloren. Wir haben jetzt nicht gut gespielt. Aber ich versuche ihnen dann immer wieder mitzugeben, Leute, auch wenn es nicht gut war, was wir gemacht haben, 0-0 können wir immer mitnehmen, wenn wir zumindest das verteidigen, das uns erkämpfen. Und wegen eines Freistoßes dann das Spiel zu verlieren, nur weil die Mauer nicht hochspringt. Und das ist dann eigentlich so das Bittere an der ganzen Kiste. Und das haben sie dann auch sehr gut hingekriegt. Und Highlight waren natürlich dann solche Spiele wie Meppen, also so die Rückrunde, wo sie dann viele Inhalte auch taktischer Natur umgesetzt haben. Wir haben Meppen echt 90 Minuten zerpflückt. Wir haben in Braunschweig fantastischen Fußball gespielt. Wir haben gegen Vicky über 90 Minuten einen kompakten, engen Block ausgespielt, was auch nicht so leicht ist, wo sich viele Mannschaften schwer tun. Also wir hatten da echt Goslar-Tabellenführer. Jetzt ein Highlight war auch Bremen, obwohl wir 3-0 verloren haben. Das kannst du ja gar nicht sagen, dass du 3-0 verloren hast. Aber wir haben echt sensationell einen guten Fußball gespielt, gerade in der ersten Halbzone. Und da war schade, dass wir dann dementsprechend die Punkte nicht mitnehmen. Aber für mich ist immer wichtig, dass die Struktur stimmt. Weil wenn die Struktur stimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du mehr Spiele gewinnst, als dass du verlierst. Wolf? Es gibt ja jetzt so ein bisschen die Bestrebung oder die Überlegung, die U23 für die Profivereine nicht mehr verpflichtend zu machen. Und auch auf der anderen Seite oder parallel dazu ist sozusagen die Spieler, die jetzt kommen, die jung sind, in der Jugend ausgebildet sind. Die haben eine viel längere leistungsmäßige Ausbildung hinter sich. Und es gibt so die These, dass eigentlich so ab 18, 19 sozusagen der Übergang in den Profibereich oder in den Herren-Fußballbereich passieren muss. Also man könnte theoretisch sagen, die U23 verliert an Wichtigkeit und die A-Jugend wird sozusagen die neue Leistungsliga oder die Subliga. Deine Meinung dazu oder deine Vereinsperspektive? U23, ja, bleibt, soll, auch als Entwicklungsraum? Oder wie ist da so die... Wir haben das bei uns intern gar nicht diskutiert. Also es war für uns grundsätzlich klar, dass wir unsere U23 nicht abmelden, weil wir die Wichtigkeit der Mannschaft sehen. Man muss ja immer eines sehen. Der Sprung U19, U23 ist schon ein riesiger Sprung. Aber der Sprung U19-Profis, der ist nochmal immens groß. Und wir sehen jetzt gerade, wie wichtig auch für Okan die Spiele sind. Maik, du hast es angesprochen in Eichede. Da hast du auch gesehen, dass Okan nach 66 Minuten mit Krämpfen auf dem Boden lag. hing damit zusammen, dass einfach die Anpassung an das Training erfolgen musste. Es ist toll, dass er bei den Profis lernen darf. Er nimmt auch unglaublich viel mit. Er hat einen richtigen Sprung gemacht. Aber es war in dem Moment gerade zu viel für ihn. Spielen, trainieren, spielen, trainieren. Das ist nicht schlimm, aber er hat sich selbst aus dem Loch wieder rausgekämpft. Bei ihm hat man es am deutlichsten gemerkt. Das ist so dieses Loch, dieses körperliche Loch, auch von dem ich spreche, bei Spielern Übergang U19, U23 zum Herrenfußball, weil es doch nochmal ein anderes Tempo ist. Aber gerade aus dem Grund ist eine U23 für mich wichtig. Und der nächste Punkt ist natürlich, wenn wir einen Max Meier hätten oder einen Draxler oder einen Götze, dann könnte man sagen, U19 schicken wir zu den Profis durch. Aber solche Spiele haben wir halt hier nicht. Kann man das beurteilen? Ja, Wolf. Ich bin neugierig. Ich finde das total spannend. Also ich finde das klasse. Du hast also Okan Kurt gesagt, ich habe den ein paar Mal auch spielen sehen. Und ich glaube, der sieht für mich aus wie jemand, der im Profifußball mitspielen könnte. Also in manchen Spielen, wo es vielleicht nicht so geil gelaufen ist. Und jetzt sagst du aber gerade Max Meier, Draxler und sonst wie, wie erkennt man ein wirkliches großes Talent? Oder ist das, das finde ich spannend. Wir sitzen hier jetzt gerade zu sechst. Und ich würde wetten, dass jeder von euch, der hier am Tisch sitzt, Julian Brandt, Max Meier, Draxler, da würdet ihr alle da sitzen und sagen, der wird mal Bundesligaspieler. Also da ist der Unterschied dementsprechend groß. Außer dir, der hat keine Ahnung von Fußball. Deswegen sitzen wir hier und machen das in unserer Freizeit. Und du bist hier der Trainer. Nein, aber pass auf. Stefan, die Kunst besteht nicht darin, ein Götze zu sehen und ein Draxler zu sehen. Weil wenn zehn Scouts am Spielfeldrand stehen, sehen sie ihn alle. Aber die Kunst besteht darin, in einem Spielerpotenzial zu sehen, was andere nicht sehen, der dann tatsächlich dieses Potenzial hat. Und da müssen wir halt als FC St. Pauli kreativ sein. Weil ein Stürmer, der in der A-Jugend-Bundesliga 40 Tore schießt, der kommt nicht zu uns und der bleibt auch nicht bei uns. Sondern den kauft uns irgendwann mal ein großer weg. Deshalb müssen wir solche Spieler fördern, wo die anderen gerade nicht richtig gut hingucken. Und das werden dann die Spieler sein, die noch ein, zwei, drei Jahre in der Regionalliga brauchen, die dann den Sprung zum Profiteam schaffen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir halt auch die U23. In eine ganz ähnliche Richtung haben wir eine Frage vom Twitter-User, der kannte, bekommen, der sagt, welche Vorteile siehst du in der U23-Gübendung im Ausleihsystem? Wie es einige andere Vereine durchziehen wollen? Was setzt sich in Zukunft durch? Hast du jetzt in Teilen ja schon beantwortet. Spricht man da mit anderen Vereinen nochmal drüber? Spricht man, keine Ahnung, habt ihr Kontakt zu dem HSV? Haben die mal drüber nachgedacht, die U23 abzumelden? Und wie verhält sich das da in den Gesprächen? Ich hatte mit Rudolfo Cardoso einen Interviewtermin im Doppelinterview mit der Welt. Und da hat Rudolfo auch gestanden, dass sie beim HSV überlegt haben, die U23 abzumelden. Ich finde das eigentlich ein ganz bitteres Signal nach außen, wenn man überhaupt schon nachdenkt, die U23 abmelden zu wollen. Sondern wenn man den Sinn eigentlich gar nicht sieht. Das heißt eigentlich für mich, dass die Nachhaltigkeit der Jugendarbeit fehlt. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und ich finde es auch vollkommen okay, dass Leverkusen als Beispiel die U23 abmeldet. Weil Leverkusen versucht, das Prinzip zu verfolgen, zu sagen, wir haben drei, vier, fünf Top-Talente in der U19. Die schaffen direkt den Sprung zu uns in die Profis, beziehungsweise zu den Profis von Bayer Leverkusen. Und wenn die U19-Spieler den Sprung nicht schaffen, dann leihen wir diese Spieler in die zweite Liga aus, weil sie schon die Qualität haben, um dort zu spielen. Aber wir brauchen doch jetzt keinen, die Spieler, die aus unserer U19 in den Herrenbereich kommen, sind für keinen anderen Zweitligisten interessant, logischerweise, weil sonst könnten sie auch bei uns bleiben. Beziehungsweise sind auch für weniger Drittligisten interessant, weil dafür die Masse an Spielern zu groß ist, die sich Drittligisten aus der vierten Liga ziehen können. Von daher gesehen bleibt uns aktuell eigentlich nur das Modell der U23. Würdest du das anders sehen, wenn wir in der ersten Liga spielen? Es kommt darauf an, welche Ansprüche man in der ersten Liga hat. So ein Verein wie Bayer Leverkusen hat den Anspruch, permanent Champions League zu spielen. Und da wird es natürlich richtig dünn in der Ausbildung, weil Spieler für die Champions League auszubilden bedeutet, dass du auf einem anderen Qualitätsniveau ausbilden musst, als ein Verein wie der FC St. Pauli, der aktuell in der zweiten Liga spielt und jetzt hypothetisch, wie du gerade sagst, erste Liga spielt. Da kommt es halt darauf an, wo man sich einpendelt. Aber es wird immer schwieriger, Talente auszubilden. Nichtsdestotrotz sehen wir auch an Mainz und Freiburg, dass es auch für diese Vereine wichtig ist, eine U23 zu haben, wo sie immer wieder Spieler durchschieben. Aber das ist ja auch die Erklärung. Ich bin ein bisschen durch Christoph, der ist heute ein bisschen lahm, was gute Sprüche anbelangt. Ich hoffe, man versteht mich, ob das knisternt. Ja, das ist jetzt hier die kosmische Strahlung, die über die Phantomspeisung aufgenommen wird. Das, was du gerade erklärt hast, Thomas, ist ja dann auch schon die Begründung dafür, warum Rodolfo Cardoso dann sagt, der HSV überlegt, die U23 abzumelden. Haben Sie kurz thematisiert, ja. Aber Sie haben sich jetzt dagegen entschieden. Ja, vielleicht nur kurzfristig. Die haben ja den Anspruch. Schönere Meldung wäre gewesen, U23 überlegt, den HSV abzumelden. Aber naja, gut. Frauenfußball haben Sie auch schon abgemeldet, oder? Der HSV meldet absolut alles ab, glaube ich. Bis auf die Leute, die niemals absteigen. Die werden nicht abgemeldet. Bis auf den Dino. Genau. Ja gut, der HSV hat ja momentan auch noch die Problematik, dass die U19 am Wochenende, wenn es doof läuft, oder wie auch immer, wenn es so läuft, dann kann die U19 noch absteigen, außer A-Jungen-Bundesliga. Und dann ist der Schritt natürlich nochmal ein ganz anderer. Aber gut, das ist nicht unsere Sache. Die üben den Abstieg mit der Jugend. Das ist doch so... Das ist ein ganzheitliches Konzept, meinst du? Das ist so, ja. Die erfahren das jetzt schon und wissen dann, was sie in den kommenden Saisons zu ertragen haben. Die sammeln die Abstiegserfahrung, die dann später benötigt wird, um das dann auch im Profi-Herren-Fußball-Bereich zu schaffen. Ich glaube, dieses HSV-Paradoxon, das macht schon Sinn. Ich glaube, es muss da irgendwas geben im Weltgefüge, das dazu führt, dass man mit 27 Punkten und ich weiß nicht, wie 75 Gegentreffer, das irgendwie funktioniert. Das kann auch, glaube ich, nur bei einem Verein funktionieren. Und ich befürchte, auch ein A-Jugend-Abstieg wird daran nichts ändern. Leider. Ja, die müssen auch verlieren bei Union. Und Erfurt muss gleichzeitig gegen Rostock punkten. Also das ist nicht so wahrscheinlich. Aber es könnte passieren. Großes Thema, was wir jetzt im Übersteiger letztens hatten, ist ein Artikel von Ronny, der beschreibt, was mit dem Spielort der U23 passiert. Vielleicht gerade die, die es nicht gelesen haben, ganz kurz zusammengefasst. Es ist ja so, dass wir seit einigen Jahren an der Hohen Luft spielen. Vorher hat die U23 an der Weidmannstraße gespielt, was ja sehr viel Heimeliga war und auch einen großen Beliebtheitsgrad bei den Leuten, die da waren zumindest, hatte, was sicherlich kaum jemand von der Hohen Luft behaupten wird durch die sehr hohen Zäune dort. Jetzt ist es so, dass der Verein bekannt gegeben hat, wir spielen nächstes Jahr in Nordrstedt, im Edmund-Plumbeck-Stadion, wo auch Eintracht Neuer in Nordrstedt sein Heimspiel austrägt, was nicht sonderlich viel schicker ist als die Hohen Luft, aber wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Und das, was im Artikel, glaube ich, für die meisten dann die Neuigkeit war, ist, danach will man zurück an die Weidmannstraße. Magst du da mal was zu sagen? Also der Ausgangspunkt für uns war einfach, dass die Zusammenarbeit mit bestimmten Personen bei Viktoria schlecht war. So, gerade was so die Platzverhältnisse angeht, das war zwischenzeitlich eine tatsächliche Vollkatastrophe. Also es war für eine Mannschaft, die vieles fußballerisch lösen muss und gegen Herrenmannschaften nicht über lange Bälle und den zweiten Ball kommen kann, echt ein Problem. Sieht man vielleicht auch so ein bisschen an unserer Heimbilanz, dass wir zu Hause schlechter abschneiden als auswärts, weil wir teilweise auswärts bessere Plätze zur Verfügung haben. Der erste Punkt war da, dass wir gesagt haben, in der Ausbildung brauchen wir einen besseren Platz für die Mannschaft. Das war der erste Punkt. Der nächste Punkt war natürlich, und das war auch ein ganz entscheidender, dass wir sagen, wir sparen uns bei Norderstedt ein bisschen Geld und der Umbau der Weidmannstraße kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Wir sind da seit Oktober dabei, holen uns Kosten, Voranschläge ein und ich kann euch jetzt schon genau sagen, was ein Stabmattenzaun verzinkt, Höhe 163, 125 laufende Meter, was das kostet. Warum weißt du das? Musst du dich da um Zäune kümmern? Das mache ich alles, weil ich bin auch mit dem Thema angetreten, ich glaube, Stefan, darüber haben wir uns auch vor der Saison unterhalten, habe ich mich auch mit Roger unterhalten, dass die U23 eine Identität braucht. Ich bin ja selbst, ich bin 1997 aus München gekommen und immer, wenn ich bei den Profis nicht gespielt habe, durfte ich bei unserer U23 spielen. Und das war, das ist auch ein Teil meiner St. Pauli-Identität, wo ich den Verein darüber kennengelernt habe, wo ich Freunde gefunden habe in der U23. Wenn ich mich noch an den letzten Pfennig erinnere, die Bierkisten-Diskussionen, das waren total geile Geschichten, die Spaß gemacht haben. Und das ist auch ein Teil meiner Identität. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass Spieler aus der U23 auch zum Austausch mit Fans kommen. Wie es an der Weidmannstraße möglich ist, wie es an der Sternschanze möglich war, aber wie es jetzt bei Vicky leider nicht möglich ist. Zu viele Zäune, kein Flair, wenig Zuschauer. Vicky muss man halt sagen, auch Norderstedt muss ich fairerweise zugeben, ist halt nicht unser Kiez. Fairerweise zugegeben, gut. Ja, ist nicht so. Und ich kann auch die Kritiker verstehen, die sagen, wieso geht es denn jetzt nach Norderstedt? Aber ich muss halt auch zusehen, dass wir A einen vernünftigen Platz haben, dass wir nicht permanent mit irgendeinem Ochsen streiten müssen, dass dort vernünftige Bedingungen vorherrschen. Auf der anderen Seite sparen wir uns da doch ein bisschen Geld. Und das ist dann auch wieder eine Argumentationsgrundlage, zu sagen, wir können das dann realisieren, weil ich möchte da nicht bei irgendeinem Verantwortlichen vor der Tür stehen, ich brauche mal Kohle, weil wir haben im Moment so viele Neubauten und so viele Themen auf der Agenda, die so wichtig für den Verein sind. Kollaustraße 2, wichtiges Thema, super wichtiges Thema. Nordtribüne ist ein wichtiges Thema. Toll, dass wir die Kollaustraße, realisiert haben, Kollaustraße 1, dass der Bauabschnitt fertig ist. Das ist für uns als NLZ unglaublich wichtig, Spielern zeigen zu können, dass hier was vorwärts geht. Und deshalb will ich da nicht einen Gesamtetat belasten, weil jeder kommt irgendwo um die Ecke und sagt, ich will Geld haben. Es ist immer leicht zu sagen, ich will Geld haben, aber kreativ zu sein und zu sagen, komm, wir versuchen das irgendwie anders zu realisieren, das ist so das Thema. Das sind eigentlich so die wichtigsten Themen. Aktuell ist der Stand so, dass wir mit Union in sehr, sehr guten Gesprächen sind. Es gibt noch ein paar Zaunhöhen-Themen, dass der norddeutsche Fußballverband einen Zaun an der Stelle einfordert von 1,63, wo ich sage, da können wir keinen Zaun von 1,63 hinbauen, sondern maximal Bauchnabelhöhe. Weil das macht auch Union nicht mit. Dann spielen aktuell sechs Teams noch auf dem Platz. Das heißt, dass man zusehen muss, dass dort Union Kunstrasenplatz bekommt. Aber wir haben jetzt dort ein Jahr Zeit. dann kann man mal zusehen, dass man das Ganze realisiert. Echt? Aber der Rasenplatz macht doch irgendwie so ein Freiland von Sonne beschienener, von Wind bewähter Rasenplatz, der eigentlich einen ganz guten Eindruck macht. Also wenn man so oberflächlich drauf guckt, oder ist das, täuscht das? Das täuscht. Also das ist ja gerade das Interessante, Wolf. Wenn man auf der Tribüne bei Wiki sitzt, wenn ich auf der Tribüne bei Wiki sitze, dann denke ich mir immer, die Zuschauer müssen ja denken, der Meckler ist voll bekloppt, wenn der immer erzählt, wie beschissen der Platz ist. Das siehst du als Zuschauer, finde ich, an der hohen Luft. Siehst du, dass das ein grausamer Horroracker ist? Und als Zuschauer bei Union, finde ich, würde man sagen, wow, das ist ein schönes Grün. Ja, das ist nicht so. Also du musst ja immer sehen, wenn du dort ein Regionalligaspiel spielst und der Platz umgepflügt wird, dann ist der Platz danach kaputt. Aber das sind alles so Randthemen, die ich glaube, wir finden für alle Themen eine Lösung. Und ich hoffe, und mein großer Wunsch ist es, dass wir diese Lösung schon nächsten Sommer herbeiführen können. Weil, wie gesagt, Identität für die U23 ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt. Ist denn dann angedacht, dass man vielleicht, um diese Identität auch in dem Jahr beizubehalten, vielleicht ein, zwei mehr Spiele am Millantor macht? Oder wird es wahrscheinlich dann wieder nur in Anführungsstrichen das Derby? Kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Über dieses Thema haben wir so aktuell noch nicht gesprochen. Aber es wären, alleine wenn Lübeck aufsteigt, könnte das ein Sicherheitsspiel werden, wo wir ans Millantor gehen. HSV könnte ein Spiel sein, wo wir ans Millantor gehen müssen. Also das wären schon mal zwei Spiele, die mir an der Stelle spontan einfallen. Sebastian? Weil du vorhin was meintest, im Sinne von, das ist eine andere Erfahrung und die lernen dadurch ja auch was, wenn sie irgendwie im großen Stadion spielen, wo mehr zuschauen, ist das dann auch, ich sag mal, Teil eines pädagogischen Konzeptes irgendwie, Heranführung an Herrenfußball und vielleicht später an die zweite Liga, mal im Millantor zu spielen aus den Gründen oder ist das aus rein logistischen Gründen ein Thema? Ne, das war, also wir haben tatsächlich im Sommer Millantor gespielt, weil wir auch mal den Jungs im Millantor Spiel schenken wollten in der Hoffnung, dass auch viele Zuschauer kommen, was sich dann auch tatsächlich realisiert hat. Wir brauchen jetzt nicht thematisieren, dass wir gegen Reden am Millantor spielen, wo an der hohen Luft 105 zahlende Zuschauer waren. Da wird diese, da wird dann die Ausbildung vor Zuschauern nicht richtig greifen, aber es ist genauso, wie du sagst, es ist ganz gut, wenn man solche Spiele damit einstreuen kann, weil auch daraus lernen sie. Auch das ist dann wieder ein interessanter Aspekt. Christoph? Thema an den Herrenfußball heranführen, in Sachen Ansprache muss man doch sicherlich anders arbeiten, weil man es mit sehr jungen Spielern zu tun hat, als wenn man nur mit gestandenen Profis zu tun hat. Du hattest ja zwischendurch auch schon eine Phase vor der U23-Trainingsphase, wo du noch jüngere Spieler trainiert hast. War das für dich auch wichtig, um so von dem sicherlich ziemlich harschen, wir sind hier unter Profis, drohen, runterzukommen? Oder wie übt man sowas, dass man jetzt die jungen Spieler nicht total planiert? Ich glaube, das hat damit zu tun, und dass du das richtige Gefühl dafür entwickeln musst, was in der Situation gerade notwendig ist. Wir wissen alle, dass sich der Fußball ändert. Nicht nur der Fußball, sondern auch die ganze Führungsrolle. Das bedeutet, dass es unglaublich wichtig ist, Themen zu kommunizieren, dass es wichtig ist, Spieler ins Boot zu holen. Gerade die jetzigen jungen Spieler, also ich beziehe da nicht nur unsere 94er mit ein, sondern ich würde schon dahingehen, 24, 25-Jährige sind ganz anders ausgebildet, als wir damals ausgebildet wurden. Bei uns hieß es Lauf du Sau. Und wenn es hieß warum, dann hieß es, weil ich das sage. Das waren so die Statements von unseren Trainern. Heutzutage arbeiten aber in den Nachwuchsleistungszentren Top-Trainer, top-pädagogisch ausgebildet, super Jungs, die zwar keinen Profi-Hintergrund haben, aber die Jungs echt gut ausbilden. Und die Jungs hinterfragen auch gewisse Dinge. Also die Jungs stehen da und fragen Trainer, aber wenn wir das jetzt so machen, dann stehe ich da und denke mir, Mensch, smarte Frage. Echt gute Frage. Zum Glück hat jemand diese Frage gestellt, weil dann ist wieder klar geworden, dass dieses Thema noch nicht ganz klar ist. Ich versuche gewisse Dinge zu erklären, aber es ist immer so dieses Thema Sender, Empfänger. Und man kriegt da nie 25 mit einer Erklärung hin und das auf eine Ebene und deshalb muss man zusehen, dass es immer mal wieder hier eine Nachfrage gibt. Und mir ist wichtig, dass die Jungs immer Fragen stellen, weil ich sage ihnen immer, wenn ihr keine Fragen stellt und der Trainer das nicht zulässt, dann kann das nämlich nicht erklären. Fragt, bis ihr es verstanden habt, bis es der Letzte verstanden hat. Nur dann können die Inhalte klar werden. Das ist ein riesiger Unterschied gerade von der Ansprache, dass man die Jungs ins Boot holt. Warum macht man das? Die wollen das wissen. Früher, ein Trainer, Videoanalyse lief so ab, 90 Minuten DVD oder damals noch eine VHS-Kassette eingelegt, hat er eingelegt und dann saß er da, der Alte, und hat gesagt, guck mal, wieder einen Fehlpass gespielt. Ja, das sehen alle, das weiß ich auch, dass ich einen Fehlpass gespielt habe. Aber lösungsorientierte Ansätze zu liefern, das ist eigentlich so das, wo man heute hin muss. Und am Ende hat dann der Trainer die Videoanalyse abgebrochen, weil er sich selbst verheddert hat. Aber genug von Uli Maslow. Die Zusammenarbeit mit der U19, also Benjamin Nadjem hat jetzt schon mal zweimal bei euch reingeschnuppert in die Spiele. Wenn U23-Spieler bei den Profis mittrainieren, liest man das in der Regel. Wie oft ist da bei euch im Training mit der U19 ein Austausch, gerade durch die Kollerstraße? Ganz häufig. Also ich habe morgen wieder fünf Jungs dabei, Benni Nadjem trainiert, immer mittwochs bei mir mit, Finn Tiedemann mittwochs nachmittags. Also wir haben da einen regen Austausch. Wie viele kommen da hoch zur neuen Saison und auf wen freust du dich besonders? Am Ende sind es alles meine 21 Schäfchen und da werde ich nicht sagen, dass ich mich auf den einen und auf den anderen mehr oder weniger freue. Weil es sind alles echt tolle Jungs. Also richtig smarte, nette, liebe, tolle Jungs, die auch richtig gut Fußball spielen können. Da ist keiner dabei, der so richtig abgefuckt ist und da bin ich echt froh darüber. So richtig abgefuckt. So richtig abgefuckt. Da bin ich echt froh und wir werden jetzt fünf, sechs wieder aus, also wir werden fast alle 95er aus unserer U19 übernehmen, um auch nach außen zu dokumentieren, Jungs, wir lassen jetzt hier keinen fallen, weil es ist auch klar, wenn einer jetzt aus der U19 heraus nicht übernommen wird, dann geht es halt für den in die Oberliga, Oberliga Hamburg und aus der Oberliga Hamburg dann wieder rauszukommen, ist dann auch wieder schwieriger. Und deshalb wollen wir schon sagen, komm Jungs, wir lassen euch nicht fallen, ihr habt fünf, sechs, manche sieben, acht Jahre Leistungsfußball beim FC St. Pauli gespielt, deshalb geben wir euch das eine Herren ja auch noch mit. Und da sind wir wieder bei dem Thema Wolf von vorhin, Entwicklungen. Weißt du, der eine hat eine rasante Entwicklung in dem einen Jahr, weil er einen neuen Trainer hat, eine neue Ansprache, das kann auch immer wieder fördernd sein. Gehen denn von den Leuten, die jetzt mehr als 20 Spiele gemacht haben, geht da irgendjemand weg, steht das schon fest? Alkan Tunca wird uns verlassen, er wird in die Türkei wechseln, dann Lasse Schlüter hat uns auch mitgeteilt, dass er gehen wird und Fabi Graudenz, das sind so die drei aus der Stammmannschaft, die gehen werden. Linus Büchler hat ja schon im Vorfeld, der ist seit 1. April nicht mehr bei uns, geht nach Norderstedt, Finn Apel und Dennis Dufe werden uns auch noch verlassen, genauso wie immer Akjörig. Aber das ist ganz normal, Graudenz und Schlüter sind beides 92er-Jahrgänge, die haben drei Jahre Herrenfußball hinter sich, sehen aktuell keine Perspektive bei uns in den Zweitliga-Kader zu rutschen, also sagen sie, wollen wir den nächsten Schritt gehen. Da weiß ich eben auch nicht, was richtig ist, nochmal ein Jahr warten und dann eine Top-Saison spielen und dann den Abspruch zu schaffen, so wie es Erdo plant, finde ich gut, habe ich auch zu Erdo gesagt, ich lasse dich erst gehen. Wenn du 20 Tore geschossen hast, dass du entweder bei uns durchmarschierst in die Zweite Liga oder zumindest ein sehr gutes Angebot aus der Dritten Liga bekommst, bevor du mit 10 Toren irgendwo als Stürmer Nummer 4, 5 in die Dritte Liga mit einem Drittliga-Kader aufgenommen wirst. Wir haben uns zuletzt getroffen beim A-Jugend-Derby, da wart ihr mit der kompletten Mannschaft beim Liga-Spielen. Fand ich super, war auch irgendwie ein tolles Zeichen, also es saßen wirklich auf der Gegengrade, in Anführungsstrichen, saß da dieser komplette Schwung in Mannschaftstraining-Anzügen und beim Vorbeigehen sah ich dann, ach, es ist unsere U23. Merkt man, dass da ein Zusammenhalt in der Mannschaft auch außerhalb ist? Kann man das irgendwie in Relation setzen zu dem, was du als Spieler erlebt hast? Ist das mehr, weniger normal? Kann ich aktuell schwer sagen. Ich stelle nur fest, dass es ein unglaublich verschworener Haufen ist, also dass sich der eine auf den anderen im Spiel verlassen kann und das ist ja ein wichtiger Punkt, das hat ja mit Teamgeist zu tun, Verlässlichkeit. Der eine ist für den anderen da und mir ist auch ganz wichtig, dass wir nicht als Mannschaft autark agieren, sondern dass wir den Verein kennenlernen und wir haben jetzt auch die Zweitligaspiele besucht. Wir waren bei den Ultras in der Südtribüne, wir waren auf der Gegentribüne, damit die Jungs auch mal die Leute dort kennenlernen, damit sie auch wissen, was so ein Ultra plant, was sind seine Gedanken, dass sie auch mal mitbekommen, was die Fans da eigentlich für eine Leidenschaft dahinter, was für eine Leidenschaft dahinter steckt. Und genauso wollen wir natürlich auch sagen, hey, wir sind ein NLZ und wenn unsere U19 gegen den HSV spielt, sind wir für euch da. Wir sind für euch da, dass wir uns alle unterstützen und das ist doch so der Punkt, der Teamsport ausmacht. Wir spielen doch alle Teamsport oder wir spielen alle Fußball oder haben Mannschaftssport ausgeübt, weil wir mit anderen zusammen Erfolge erringen wollen und nicht als Einzelsportler, als Tennisspieler da alleine im Pokal hochhalten wollen. Das ist doch eigentlich das Schöne und ich versuche das immer wieder in die Mannschaft hineinzubekommen, dass wir ein Team sind, aber dass wir auch ein Verein sind und dass wir ein richtig geiler Verein sind. Sebastian? Weil es hier, glaube ich, ganz gut reinpasst. Uli Girl von Twitter hatte eine etwas längere Frage gestellt, die ich mal versuche zusammenzufassen auf in so einem Kontext aus Teamsport, Zusammengehörigkeitsgefühl auch mal was zusammen unternehmen und ich sage jetzt mal FC St. Pauli mit irgendwie Hintergrund und politischen Werten und weiß ich nicht. Siehst du da irgendwo oder hast du auch eine pädagogische Verantwortung, die die Jungs da weiterzubringen? Siehst du die und wie lebst du das oder nutzt das? Ja, logisch habe ich auch eine pädagogische Verantwortung den Jungs gegenüber, aber ich habe jetzt die Frage nicht ganz verstanden, muss ich dir ehrlich gestehen. Also den ersten Teil, ja, politische Verantwortung, pädagogische Verantwortung, logisch, U19, das sind 94er, ja, das ist ein 94er Jahrgang und das sind alles ganz sensible Spieler, die haben so viel im Kopf, Abiturprüfung, wie es Christoph schon gesagt hat, vor 20 Jahren kaum möglich, dass einer von den Buffern Abitur schafft, die haben unglaublichen Stress und da hat man eine große Verantwortung den Jungs gegenüber und da gibt es auch viele Sorgen, viele Nöte, in die man sich immer wieder hineindenken muss als fast 40-Jähriger wie ich und deshalb versucht man ihren Zugang zu finden, dass man sich die Probleme nicht erdenken muss, sondern dass man den Zugang darüber findet, dass sie einem die Probleme selbst erzielen, dass sie merken, ja, der Trainer ist hart, aber ich kann zu dem Trainer eine Emotion aufbauen und kann gewisse Dinge mit dem Trainer thematisieren. Ich glaube, Hintergrund der Frage bei Kerstin war ja auch so ein bisschen das Ganze, was am Ballermann passiert ist. Stefan hatte dazu auch noch eine Frage. Er greift ganz schnell das Mikrofon. Ich habe extra so eine elendlange Frage gestellt, weil ich dachte, ich muss mir nicht vorgehen. Das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Stefan hat eine Schriftrolle in der Hand, muss man unseren Zuhörern sagen. Die Schriftrolle sieht sehr lang aus. Hier stehen viel tollere Sachen auf deinem Zettel, Mike, wie zum Beispiel 2002 bis 2005. Da steht irgendwo ein, den ich nicht lesen kann, bei Thomas Meckle. Du hast doch dein Praktikum gemacht zu deiner Studienzeit und jetzt versuchst du mich da reinzureißen. Darf ich dich noch mit der Hansakocke auf der Brust rumlaufen sehen, Stefan? Ist das so? Erzähl mal, Thomas. Finde ich interessant. Und jetzt bestreitet er das Ganze. Stefan Schatz hat in Rostock gelernt. Ja, genau. Sein Praktikum gemacht während seiner Studiums. Da hätte ich bestimmt mehr gelernt als bei Heiko damals. Da war er Fanbeauftragter bei Hansa Rostock? Ja, genau. Praktikant. Ich habe neulich im Kiezgänger gelesen, ich sei in Osnabrück geboren. Fand ich auch super. Aber lenkt doch mal nicht ab, aber das ist doch total hochinteressant. Meine Frau fragte mich, hä, du bist in Osnabrück geboren? Sag mal, ihr wart zur gleichen Zeit in Rostock. Das sollten wir weiter strecken. Das ist total gut, das ist geil. Wir waren zur gleichen Zeit in Rostock. Wir haben uns da kennengelernt. Wir haben uns da allerdings beide so wenig Geld verdient, dass wir zwischendurch noch so Ostseefahrten anbieten mussten. Da haben wir uns dann damals selbstständig gemacht. Völliger Humbug. Wir haben keine Zeit. Komm, mach ernsthaft. Wir haben keine Zeit. Also ernsthaft. Wir haben keine Zeit. Das ist ehrlich. Ich meine, ist das Tatsache? Du warst. Schwachsinn. Ich hätte es geglaubt. Ich hätte es geglaubt, du als schöner und Thomas meint auch, dass es wahr ist. Also Leute, das ist die Frage Wahrheit oder Lüge. Ich glaube, Thomas. Also ich wollte gefragt haben in Bezug nehmend auf diese Ballermann-Geschichte. Ich finde, soll ich es vorlesen? Ich habe es so schön geschaut. Vielleicht sagen wir mal ganz kurz für die, die nicht dabei waren, was am Ballermann denn passiert ist beziehungsweise wie es hier ankam. Stefan war bestimmt dabei. Steht hier. Ballermann. T macht den Pröpper. Eine Gummi publiziert die Vereinsfahne. Der lokale Boulevardjournalist, also der von dieser grösischen Ballermann-Zeitung, schreibt auf Facebook, wären die Kollegen Fußballmillionäre so nett gewesen wie die Kicker von RB Leipzig, wären sicher schönere Bilder rausgekommen. Peinliche Nummer vom FC St. Pauli, dem sogenannten volksnahen Verein. Dann schreibe ich dazu. Nun gönnen wir sich ja alle dem Team, die wenigen Tage im Jahr, an denen sie mal richtig auf den Putz hauen können. Und so richtig überraschen kann es mich auch nicht, wenn ein Haufen Twins, schreibe ich hier, süß von mir, die sonst nie saufen, mal die Sau rauslassen. Dazu war es ja auch noch eine Mottofahrt. Wir wissen alle selber, wie Mottofahrten beim Fernland St. Pauli aussehen. Deswegen darf ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster dehnen. Hallo, hallo, hallo. Moment mal. Hätte ich es gerne. Leute, ganz ehrlich, das ist mir zu viel, zu viel gequirlt. Mottofahrt Helden der Kindheit ist gut, ist super. Die war die Mottofahrt der Profis. Ja, aber wir hatten auch schon Auftritte im Volkspark mit Wir sind die Assis von Kiez. Ja, okay, gab es auch. Aber die letzte Mottofahrt war eine Top-Mottofahrt. Die letzte Mottofahrt war super. Wir hatten aber auch schon, ich habe mich mit Sven neulich gemacht, wir hatten auch schon Mottofahrten Europawahl mit dem Typen mit Hitlerbärtchen und Uniform und Galgen dabei. Das könntest du dir heute auch nicht mehr erlauben, aber sowas gab es halt alles mal. Deswegen, ich finde auch... Ich möchte die Mottofahrt gerne wissen, weil ich habe da einen Hintergrund dabei. Ich finde... Du meinst, unter welchem Motto die Profi-Mottofahrt? Achso. Weil ich finde es nämlich total interessant, weil ich habe nämlich eben, als ich noch die Technik geholt habe, habe ich noch irgendwie einen Bekannten von dir getroffen und habe gesagt, was kann man Thomas Meckle mal fragen? Und dann wollte ich gerne... Du hast Uli Maslow getroffen? Ne, Uli Maslow nicht. Ich habe Uli Maslows Sohn getroffen und der hat mir dann gesagt, frag doch mal Thomas Meckle nach seinem Polterabend und dem Motto seines Polterabends. Und was da sozusagen losgeht. Ich fand mich schon fies, als ich ihn gefragt habe, wie es an der Schulter geht. ist halt alles... Nein, sag doch mal was. Schönen Gruß von Florian Lechner. Schwere Jungs und leichte Mädchen. Aber Lechner sah gigantisch aus. Sag mal, beschreib mal. Beschreib mal, das ist immer gut. Lechner kam, glaube ich, im komplett weißen Anzug, so ein bisschen Al Capone, hat den Hut auf und Brusthaare, ein Toupet mit Brusthaaren. Also das war echt gigantisch. Das war das Motto. Ich finde so ein Motto auch gar nicht schlimm. Ich war auch schon auf solchen Motto-Partys und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn man es vernünftig macht. Und worauf ich aber mit meiner sehr langen, weit großen Frage hinaus wollte, ist, dass ich trotzdem das Gefühl habe, dass eine Gummipuppe auf der Vereinsfahne in Arenal am Strand irgendwie doch komisch rüberkommen muss. Wenn man dann halt auch noch liest, dass die sich offensichtlich dem, wie auch immer, es ist auch nur der Ballermann-Zeitungsreporter gewesen, aber er fühlte sich offensichtlich im Gegensatz zu den Spielern von Red Bull und von Paderborn ein paar Tage später von unseren Spielern so blöde angekackt, dass er halt meinte, gut, dann haue ich halt die Fotos raus, die ich habe. Meine Frage, was können wir tun, damit sich sowas ändert? Also wir haben, also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dieses Verhalten da am Ballermann und damit meine ich gar nicht Lennart Pröpper, sondern wie gesagt, eher die Gummipuppe. Ist das ein Zeichen dafür, dass die aktuelle Mannschaft so wenig St. Pauli verstanden hat? Können wir was dafür tun, dass sie mehr versteht? Und da du ja nun hier bist und nicht für die Profimannschaft sprechen kannst, habe ich dann auch noch so toll reingeschrieben. Ich weiß, ihr habt ja auch ähnlich wie den Stadtteilrundgang, den wir früher gemacht haben vom Fernland, den inzwischen der Verein selber macht, hast du ja auch mit deinem jungen Team zu Saisonbeginn so eine Schnitzeljagd durchs Viertel gemacht. Reicht uns das? Sind wir damit auf einem guten Weg? Sind wir damit gut ausgestattet? Müssen wir mehr machen? Jetzt hast du auch schon viel erzählt im Vorwege. Sowas wie das A-Jugendspiel, wie Stadionbesuch mit der Mannschaft, finde ich zum Beispiel ziemlich super, wusste ich vorher auch noch gar nicht. Reicht das? Ich glaube, jeder ist so an der Stelle gefordert, dass er immer wieder viele Kleinigkeiten einfordert. Weißt du, da geht es zum Beispiel darum, gehe ich zur U19, bin ich demonstrativ im St. Pauli-Anzug da, gehe ich in die Südtribüne rein und lerne die Ultras kennen. Dort entstehen Gespräche, dort aus diesen Gesprächen heraus entstehen Emotionen. und das muss man so oft wie möglich herbeiführen. Problem ist natürlich gerade bei solchen Ballermann-Fahrten, man muss sich ja das echt so vorstellen, das ist vollkommen niveaulos. Da braucht ja keiner um die Ecke kommen und sagen, Ballermann, alles toll. Es ist einfach niveaulos und ich glaube, dass dort einfach nicht nachgedacht wurde und da die Gummipuppe hingehängt wurde, Promille sind im Spiel, das ist dann natürlich schon ein Problem und wenn dann dieses Foto entsteht, ein Foto erzeugt ja eine Reaktion und wenn man nur sieht, wie dieses Foto aussieht, dann sieht das natürlich richtig beschissen und richtig unglücklich aus. Lenny war über die Situation auch, der war erschüttert darüber. Das ist, man lässt sich dort als junger Spieler von gewissen Dingen anstecken. was dort los ist, das ist ja unfassbar. Kann man sich gar nicht vorstellen und er war selbst erschüttert darüber, was dort passiert ist. Also Lennart T sieht man irgendwie, wie er sozusagen seinen Pimmel rausholt, weil er einen Eimer pinkelt und das ist mit dem Teleobjektiv fotografiert davor, ist eine Frau, es sieht aus, als wenn er eine Frau hinten an den Rücken pinkelt. So sieht das Foto aus und ja, einfach nur, weil es niemand jetzt sieht. Richtig, aber weißt du, er war selbst erschüttert darüber. Es sind, es ist dort etwas entstanden, ein Foto und ein Foto ist ja eine Momentaufnahme, aber die natürlich brutal und das Foto sieht natürlich auch brutal aus. Da hast du, da hast du vollkommen recht. Also wir können alle Klischees rausholen und jedes Klischee passt auch. Das muss man fairerweise auch sagen, nur es geht halt darum, man muss beurteilen, in welcher Situation das entstanden ist, aber viel wichtiger für mich ist Wolf und das ist eigentlich für mich das Entscheidende. Der Junge ist 20 Jahre alt. Meine Güte, frag mal Kai Dittmer, was wir alles dort veranstaltet haben, in welche Fettnäpfchen wir dort reingetreten sind. Da werde ich mit fast 40 jetzt rot, Wolf. Bestimmt mal nicht zugeben. Ich weiß nicht, ob der Sonnenbrand ist oder die Scham. Aber das ist einfach, das ist einfach, ein junger Spieler macht Fehler. Das ist ganz normal. Aber viel entscheidender ist für mich die Reaktion, dass er derart geknickt über seinen Fehler ist, dass er derart traurig darüber ist, dass man merkt, das passiert nicht nochmal. Dass dort zum Nachdenken angeregt wird. Und deine Frage, Stefan, kann man da mehr tun? Logisch, man kann immer an jeder Stelle mehr tun, aber es muss zum Austausch zwischen Spielern und Fans kommen. Und das ist das Entscheidende, weil die Fans den Spielern näher bringen müssen, was St. Pauli ist, weil du weißt es nicht vom ersten Tag an. Gleichzeitig muss da aber auch ein Interesse des Spielers bestehen. Wobei, wie gesagt, ich meine gar nicht Lenny T. Darüber rede ich mich überhaupt nicht auf. Da bin ich vollkommen bei dir. Der trinkt die ganze Saison nicht, der macht Leistungssport und dann trinkt er mal zwei Bier. Die ballern ihn dann in der Hitze da auch mächtiger rein als uns eins hier. Und da haben wir alle genauso viel Scheiße gebaut in dem Alter. Da bin ich komplett bei dir. Mir geht es eher um sowas wie, wie tritt das Team dort auf? Mit Polizeiflatterband, Gummipuppe, St. Pauli-Fahne, Patzig dem Reporter gegenüber. Das sind eher so Sachen, wo ich mich drüber aufregen könnte. Lenny T., der hat seine Lektion gelernt. Da tut es mir eher leid, dass er jetzt so im Fokus stand. Das hat er gar nicht verdient. So schon war das gar nicht. Aber die ganzen Begleitumstände fand ich tatsächlich eher erschütternd und das fand ich so ein bisschen schade, dass das so passieren musste. Irgendwie, aber... Ja, bin ich vollkommen bei dir. Bin ich vollkommen bei dir. Aber das ist auch wieder ein Erfahrungswert, ein Lerneffekt, wo man sagen muss, ach du Scheiße, eine Puppe neben der Versammlung. Also es gibt ja zwei Dinge, die nicht zusammengehören und das sind genau diese Themen. Genau diese zwei Dinge. Hast du vollkommen recht. Wo fährt die U23 hin? Und was macht ihr da? An die Ostsee. Nein, wir fahren nirgends wohin. Nein, unsere Reise wurde abgesagt. Nein, aber Stefan, du hast vollkommen recht. Also brauchen wir nicht drüber sprechen. Oder sollen wir drüber sprechen, dass das genau der richtige Ansatz ist? Das wäre doch interessant zu gucken, weil ihr habt auch Scheiße gebaut oder ihr seid auch losgefahren. Gab es da den gleichen Fokus? Wart ihr genauso auf dem Mais oder gab es einfach Fettnäpfchen oder Sachen in ähnlicher Kategorie, die ihr machen konntet, ohne dass das sozusagen Öffentlichkeit gefunden hat? Guck mal, damals gab es ja noch nie mal Handys. Geschweige denn Handyfotos. Heutzutage stehen die Leute am Strand und machen dann mit ihren Handys Aufnahmen, Filme, was da alles dabei ist. Du bist heute ganz anders im Fokus. Du kannst heute, guck mal, was die Bild-Zeitung da veranstaltet mit dem Bild-Leser-Foto. Ist doch ganz klar bewusst. Gib mir ein bisschen Kohle, wenn du ein Foto machst, was für uns interessant ist. So locken sie die Leute. Und das ist an der Stelle das Gefährliche. Und da kommen noch andere Themen dazu, wie Facebook, Twitter und solche Themen. Wenn einer in der Halbzeit auf Facebook einen Kommentar schreibt oder kurz vorm Spiel, dann fragst du dich auch, wie kommt sowas zustande? War auch schon ein Thema bei ein, zwei Bundesligisten, weil es vorgekommen ist. Aber genau das Thema Handyfotos war bei uns null ein Thema. Guck dir das Thema Sportschule Malente an mit oder Schuhmacher oder was war da los? 82, was der Breitner alles erzählt hat. Das kam alles gar nicht raus. Nur heutzutage ist man halt da mehr öffentlicher Mensch. Viel mehr als damals. Aber mit den Fotos brauche ich... Ja, logisch. Hast du recht, Stefan. Gut, dann kann ich es jetzt schon verkünden. Wir machen also dann am 30. Mai 2015 machen wir eine Mottofahrt nach Berlin. Schwere Jungs und leichte Mädchen. Das ist ein Pokalfinale. So wir uns denn qualifizieren. Und dann zeigen wir mal, wie es vernünftig gemacht werden kann. Ich finde diesen negativen Touch ist nicht gut. Dieses, so wir uns denn qualifizieren. Also, nee, egal. Ja, ich... Entschuldigung. Ich denke zu dem Thema Wallermann, es gibt ein sehr, sehr lesenswertes Statement des Aktionsbündnisses gegen Sexismus und Homophobie. Das werden wir auf jeden Fall verlinken. Quintessenz neben dem, was wir eh schon gesagt haben, war auf jeden Fall auch, dass auch die St. Pauli-Fanszene sich etwas bedeckter halten kann, was stumpfes Übernehmen des Boulevards anbelangt. Ich denke, das können wir an der Stelle auch nochmal betonen. Genau. Und ich finde auch ganz wichtig, dass wir auch immer wieder betonen können und da müssen wir uns alle gegenseitig auf die Schulter klopfen. Wir sind ein Verein, da passiert sowas. Das geht dann einmal hoch durch alle Medien und dann setzen sich aber die Leute zusammen und auch die Vereinsführung und die sportliche Leitung sagt, ja, natürlich nehmen wir uns die Zeit und setzen uns mit dem Aktionsbündnis zusammen innerhalb von 24 Stunden und darüber berichtet dann wiederum niemand, leider. Außer wir jetzt hier. Ja, das Aktionsbündnis hat es ja aber auch geschrieben. Also fand ich auf jeden Fall eine super Stellungnahme auch. Okay. Haben wir noch Themen mit Thomas? Ich würde kurz noch gefragt haben, ob eigentlich Fabian Boll jetzt auch dann in die Identitätsarbeit der Jugend eingebunden wird. Habt ihr euch da auch schon unterhalten? Ihr könnt ja gerade aufgrund eurer extrem guten, langen Kenntnis des Vereins sicherlich den Jungs eine ganze Menge beibringen. Euch die Bälle zuspielen und zu sagen. Ja, muss man sehen. Boller ist da im finalen Gespräch und dann schauen wir mal, wie die Gespräche enden werden. Wenn es denn so ist, würde auf jeden Fall identitätsfördernd dort auftreten. Ist ja immer gut. Wer ist dann der Good Cop? Wer ist der Bad Cop? Ich meine, gerade bei ihm liegt die Frage ja sehr nah. Liegt sehr nah. Ich glaube, die Wechsel der Rollen sind an der Stelle entscheidend. Aber ich habe schon Probleme als Cop bezeichnet zu werden. Okay, dass du damit Probleme hast, wird sicherlich wieder interessante Gespräche dann mit der Nummer 17 hervorrufen. Du nennst mich nicht Cop. Genau. Das passt gar nicht da rein, weil das sozusagen ganz in die Vergangenheit zurückgeht. Du bist 1993 mit FC Augsburg A-Jugendmeister geworden. Deutscher Meister. Deutscher Meister. Deutscher A-Jugendmeister. Und das finde ich total. Wir waren hier bei Jugendlichen und deiner Perspektive und so weiter ans Wort. Und mich interessiert einfach sozusagen, mit wem warst du damals zusammen? Gibt es da noch Kontakte? Also einfach, das ist so ein Sprung in die Vergangenheit. Deutscher Meister geworden. Ist das der größte fußballerische Erfolg gewesen? Ja gut, okay. Das ist ein Weltpokalsieger. Ja, weiß ich doch. Mein Gott, das war ja klar. In diesem Vereinsmantra war das klar, dass das eine Sackgasse ist. Aber mich interessiert. Pass auf, das war schon interessant zu der damaligen Zeit, Anfang der 90er oder auch Mitte, Ende der 80er war der FC Augsburg eine richtige Talentschmiede. Vom FC Augsburg haben wir den Sprung Bernd Schuster geschafft, Kalle Riedle, Aumann, Dieter Frey, Tuchel war einen Jahrgang vor mir dran, der hat noch den DFB-Pokal gewonnen. Dann mit mir zusammen Ilan Manzis, der dann Torschützenkönig von der Türkei wurde, Frank Gerster, der dann zu Bayern München ging, Michael Rösele, der bei Köln und Düsseldorf gespielt hat. Dann der Trainer von Ilatissen, Holger Bachthaler, war damals ein riesiges Talent, leider ein bisschen zu schwer und nicht schnell genug, aber ein sehr guter Fußballer. Das waren alles so die Jungs, die bei uns gespielt haben und das war vollkommen irre, dass wir, wir haben jedes Mal damit gerechnet, dass wir ausscheiden, dass wir, dass wir wieder eine auf den Arsch kriegen und plötzlich gewinnen wir in Köln, wir gewinnen in Bremen und dann gewinnen wir auch noch das Finale gegen Kaiserslautern. Aber jetzt frag mal nach der Position, frag mal nach der Position. Ich habe rechter Innenverteidiger gespielt. Hätte ich gerade drauf getroffen. Unfassbar. Hätte ich gerade gesagt so. Gegen Karsten Janker im Viertelfinale, gegen Karsten Janker in der Manndeckung gespielt. Okay. Damals auch schon Null Tore Janker oder hatte er ab und zu dann doch mal? Wie wird der? Damals auch schon Null Tore Janker oder hatte er dann doch noch mal? Nee, in der Jugend war der ziemlich gut. Da haben sie ihn aus Rostock extra nach Köln geholt, weil er als Top-Talent galt. Weil er als eines der Top-Talente galt. Ich wollte dich auch gerade fragen, was du sozusagen dann aus deinen Erfahrungen als Jugendspieler jetzt in die, also das ist jetzt Jugendtrainer, das ist jetzt bescheuert, aber wenn du mit 19-Jährigen arbeitest, das, was du da mitgenommen hast und wenn du jetzt sagst, das körperliche Rangehen und so, dann wäre das eins. Gibt es irgendwas anderes? Ja, wenn man jetzt wieder zur Ernsthaftigkeit zurückkehrt, dann ist es ja genau das Thema, was ich gerade mit Stefan besprochen habe. Man muss immer bedenken, wie habe ich mit 17, mit 18, 19, 20 reagiert? Was habe ich denn dort für Gedankengänge gehabt? Und ich versuche mich immer wieder in diese Gedankengänge zurückzuversetzen und versuche zu überlegen, wie war meine damalige Denkensweise eigentlich? Im Gegensatz zu meiner heutigen, weil es verändert sich ja unglaublich viel. Und da versuche ich mich immer wieder in die Jungs hineinzudenken, wo können ihre Probleme, Sorgen sein, ihre Nöte, was denken sie denn aktuell? Welche Erfahrungswerte haben sie gerade? Und dann versuche ich das eben zu beurteilen und versuche dann, die richtigen Maßnahmen zu treffen. Manchmal liege ich falsch, manchmal liege ich richtig, aber ich glaube, das ist in meinen Augen unglaublich wichtig, dass man versucht, sich in die Jungs hineinzuversetzen. Das ist ja wie bei dir, du trainierst ja auch in der Jugendmannschaft. Nicht mehr, ich habe bei Sternschanz aufgehört. Hast du aufgehört? Aber es war ja auch immer wichtig, die Sorgen und Nöte von Kindern zu kennen oder von Jugendlichen. Ich habe das genau andersrum gemacht. Ich habe da irgendwie versucht, mein Ding durchzuziehen und damit bin ich dann auch kläglich gescheitert, weil ich nicht anerkannt habe, dass die Trainerkollegen ganz andere Ideen haben und das war sicherlich ein klares Scheitern. Ich bin kein Mädchen, ich habe Mädchen trainiert, aber es wäre sinnvoll gewesen, sich in die Gedankengänge und in die Emotionalität von Kindern und Jugendlichen reinzudenken, dann hätte ich eine größere Chance gehabt. Aber alles gut. Sorry, dass ich jetzt einen wunden Punkt getroffen habe. Nein, das ist kein wunder Punkt. SC Nien-Städten wäre das Ding, da sind wir uns mal begegnet irgendwie. Dein Berater ist Vater gewesen von einer Spielerin, mit der wir da aufgelaufen sind. Also Thomas Gottfried. Ja, genau. SC Nien-Städten, machst du da noch was? Ich habe da nie was gemacht, mein Sohn spielt nur dort. Okay. Und ich gucke da jedes Mal, ich bin nur Papa und gucke mir ein, zwei, drei Spiele im Jahr an und ich weiß auch ganz genau, wenn der Schiedsrichter nicht kommt, auf wen sie dann alle zeigen, weil sie sagen, du hast da meist eine Ahnung von dem ganzen Spiel und dann bin ich plötzlich um 10 Uhr morgens am Sonntag Schiedsrichter vom U9-Spiel und dafür vom Trainer von XY anhören. Hast du denn selbst auch mal Fußball gespielt? Was bleibst du denn hier? Jetzt würde ich gerade sagen, mich hätte interessiert, was du für ein Feedback von den Spielern kriegst, wenn du Schiedsrichter gewesen bist. Ach, bei den Jungs, also wenn du da zweimal pro Halbzeit pfeifst, dann ist es ja schon viel, weil da passiert dann nichts. Du musst in die eine Richtung zeigen beim Einwurf oder in die andere, aber gefoult wird ja dann nicht. Oder das Rennen, das ist sehr dankbar. Schlimm sind immer die Eltern und die Trainer. Das wollte ich gerade fragen. Ich habe jetzt ja einen der Energiejugend spielt und ich stelle mich jetzt mal schon demonstrativ auf die andere Seite des Feldes, weil ich das nicht ertrage, bei diesen ganzen ehrgeizigen Vätern und Müttern zu stehen, die alle durcheinander schreien, alle ständig den Schiedsrichter bepöbeln. Energiejugend, das sind 5- und 6-Jährige. Kannst du da irgendwie zumindest in deiner Mannschaft, also in der deines Sohnes, Einfluss haben oder ist das hoffnungslos? Ich nehme da überhaupt keinen Einfluss, weil ich möchte, dass man so eine eigene Identität hat und nicht so und von, sondern ich möchte, dass er als eigene Person wahrgenommen wird und deshalb möchte ich da am Fußballplatz so wenig wie möglich auftreten, weil dort ist ja der Schatten am größten auf dem Fußballplatz, weil dann heißt es immer, guck mal, wie spielt er, wie hat Papi früher gespielt und deshalb versuche ich mich aus dem Thema gerade ganz bewusst rauszuhalten, weil am Ende ist es ein Hobby von ihm. Ich finde es wichtig und ich finde es toll, dass er einen Mannschaftssport sich ausgesucht hat, aber ich habe da null Ambitionen, sondern für mich ist wichtig, dass er Spaß hat und wenn er keinen Spaß mehr hat, dann kann er aufhören, dann soll er was anderes machen, wo er wieder den Spaß findet. Deshalb versuche ich mich da echt ganz, ganz, ganz weit zurückzuhalten. Ich meinte jetzt auch eher Einfluss auf die Eltern, dass die bitte mal die Fresse halten. Nein, aber das ist mir schon klar, aber ich versuche in keinster Weise dort Einfluss auszuüben, weil es mir immer negativ ausgelegt wird nach dem Motto, was will er eigentlich, was will er uns jetzt erzählen? Er kommt ja jetzt von oben herab, will er uns jetzt erzählen, wie wir uns hier zu verhalten haben. Du weißt auch, dass die ganzen Eltern, dass die ferngesteuert sind am Platz. Das sind Menschen aus ganz normalen Schichten, die dann plötzlich am Fußballplatz vollkommen durchdrehen, wo man sagt, ey, was bist denn du für ein Assi? Und die haben sich null unter Kontrolle. Das ist ja Wahnsinn. Ja, leider ist so. Ja. Ja, ich glaube, wir könnten noch locker zwei Stunden weiter reden. Leider rennt uns die Zeit weg und Thomas hat noch einen Termin. Ich habe jetzt, wir können ruhig weitermachen, weil, weißt du, mein Auto springt nicht mehr an und ich muss jetzt eh eine Stunde auf dem ADAC warten. Aber Stefan muss los. Fünf Minuten habe ich noch. Dann muss ich los. Ich habe nämlich im Gegensatz zu Thomas mein Motorrad zwar auch in die Werkstatt gebracht, aber ein Leihmotorrad, was fährt, vor der Tür steht und kann nach Hause fahren. Wie geil. Ich hätte noch tatsächlich eine sportliche Frage. Es gibt ja noch zwei Entscheidungen in der Regionalliga am Wochenende. Einmal, wer steigt auf? Wolfsburg oder Werder? Wolfsburg, unser Meister geht in die Relegation gegen Groß Aspach. Ich glaube, dass es nicht so leicht wird für Wolfsburg, Meister zu werden, weil sie spielen jetzt gegen HSV und gegen HSV hatten sie schon öfters Probleme. Mal sehen, wie sie mit der Drucksituation zurechtkommen. Am Ende, glaube ich, werden sie es dann trotzdem machen, aber es wird nicht so leicht, wie viele denken. Und dann kann man das liegenübergreifend vergleichen gegen Groß Aspach? Wie sieht das aus? Irgendeine Idee? Grundsätzlich ist es so, dass die Westliga die stärkste Liga von den fünf Regionalligen ist und dann kommt schon die Nordliga. Norden, dann geht es weiter Südwesten, Nordost und Süd sind so angeblich die schwächsten Ligen, aber am Ende sind, glaube ich, alle Meister der Ligen relativ gut und so ein großer Aspach spielt echt eine tolle Saison und wir wissen ja alle, in zwei Spielen ist so viel möglich. Also ich mag das nicht beurteilen, wer sich dann dort durchsetzt. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, dass Red Bull Leipzig mit Ach und Krach Lotte geschlagen hat, dass Holstein Kiel gerade so aufgestiegen ist, dass der Zweite aus dem Südwesten sich gegen 60 durchgesetzt hat, gegen die U23 von 60. Also schwierig, schwierig zu beurteilen, aber am Ende ist ja Wolfsburg mit dem Mörder Italien die Saison gegangen und müsste das dann allein schon aufgrund der Qualität schaffen, Scheithauer in der Spitze. Also das ist halt dann schon Qualität. Zweite Entscheidung, die noch aussteht, fahren wir denn nächstes Jahr wieder nach Eichhede? Oder schafft es Vicky doch noch? Gute Frage. Ich glaube, also es hängt ja von Wolfsburg ab, wenn Wolfsburg aufsteigt, dann bleibt einer von beiden drinnen. Wenn Wolfsburg nicht aufsteigt, steigen beide ab. Aber wer von beiden, also die werden beide wieder verlieren? oder was meinst du am Wochenende? Nein, nein, also wenn Wolfsburg nicht aufsteigt, steigen, wenn Wolfsburg aufsteigt, dann glaube ich, hat Eichhede im Moment gerade die bessere Ausgangssituation und ich kann mir gut vorstellen, dass wir zwei dann wieder nach Eichhede fahren in der Hoffnung, dass es ein besseres Ergebnis gibt ohne größeren Lerneffekt. Wir könnten eine Fahrradtour daraus machen. Ja, bitte. Anders kommen wir ja auch kaum hin. Gibt es da Präferenzen? Hat man in der Regionalliga bestimmte Vereine lieber? Gibt es da jetzt zu Vicky gerade, was du beschrieben hast, irgendwie jetzt negative Gefühle oder ist dir das egal? Ne, überhaupt nicht. Also viele handelnden Personen sind uns dort super sympathisch. Es geht um ein, zwei Personen und deshalb ist es da im Handling schon schwieriger. Aber weißt du, wenn es nach mir geht, dann scout ich lieber bei Vicky, als dass ich nach Eichhede fahre. So, von daher gesehen, habe ich eine klare Präferenz, die aber Eichhede gegenüber respektlos wäre. Das ist ein reiner Eigennutz. Jetzt kommt das große Eingeständnis. Ich habe keine Ahnung, wo Eichhede liegt. Was ist das? Warum rauchen da alle? Wieso ist das so schrecklich? Gibt es irgendwie Beschreibungen? Ich stelle mir tatsächlich so, Eichhede als rauchende Schlote stehen wir auf dem Spielfeld. Die U23 ist schon mindestens 43 Jahre alt, alle gefälschte Ausweise. Drumherum Industriegebiet. Mein Urgroßvater war Pastor in Eichhede. Das ist ein ganz idyllisches Örtchen in der holsteinischen Schweiz ist das schon, aber gerade so Anflüge ein bisschen. Das Kreis Stormann. Kreis Stormann, Ahrensburg die Ecke, so Pima Daumen. Ach, so nah. Ja, ja. Aber du kommst halt dort nicht hin, außer mit dem Mannschaftsbus am Sonntag. Also es ist tatsächlich sonntags nicht mit öffentlichem Nahverkehr erreichbar. Ich glaube, das nächste ist dann irgendwie schon, nee, jetzt sage ich schon was Falsches. Also dann musst du von da aus so eine gefühlte Dreiviertel bis ganze Stunde zu Fuß gehen. Also wenn du nicht motorisiert bist, dann hast du da verloren. Wie nehmen die Einheimischen dann diese Besuche von auswärtigen Gästen wahr? Ist das dann so ein bisschen, jedes Mal alle zwei Wochen ist quasi unheimliche Begegnung der dritten Art da oder sowas? Also es klingt schon sehr weit weg dafür, dass es so nah dran ist. Ja, das ist so wie Born-Reihe. Ist egal, schweißt du, jetzt kommen hier die. Also ich finde auch gerade Eichel ist ein schönes Beispiel für, wie man einen Regionalliga-Platz halt nicht kaputt machen kann, weil die haben das einigermaßen hingekriegt. Die haben einen kleinen Zaun eingezogen, einmal von oben nach unten auf der Tribüne, um da quasi einen Gästeblock abtrennen zu können. Und der Pressesprecher ist mit meiner Kollegin zusammen, deswegen kann ich da so ein bisschen aus dem Nickerschen plaudern. Die haben tatsächlich ein Problemspiel oder Sicherheitsspiel im Jahr, nämlich das von deren Zweiter gegen den VfB Lübeck, weil die beide in der Schwiecic-Holstein-Liga spielen. In der Regionalliga war da, glaube ich, nicht ein Sicherheitsspiel dabei und gegen uns waren es knapp 1.000, ich glaube 900 Zuschauer oder sowas. Das war auch schon relativ viel und ansonsten kommt da halt nur Lübeck mit seiner ersten Mannschaft, mit 1.000 Leuten an, ansonsten ist da tot ruse. Sebastian. Passt nicht ganz rein, aber weil wir hier gerade noch eine Frage über Twitter gekriegt haben, vielleicht kannst du da ja noch kurz was zu sagen, woran liegt es, dass seit circa fünf Jahren keine Spieler aus der U23 in die Nähe vom Stammspieler bei den Profis kamen? Kann man das so pauschal beantworten? Weil darauf kein Wert gelegt wurde. Okay. Zack. Wie schaut es jetzt perspektivisch aus? Also wie unterhält man sich darüber dann? Also ich meine, kann man natürlich dann sagen, ich lege darauf Wert. Woran erkennt man, dass darauf Wert gelegt wird? Oder hat sich da jetzt was geändert in der Politik? Ja, also Rashid Assouzi will dort Nachwuchsarbeit betreiben. Und das war halt vorher nicht der Fall. Und deshalb ist jetzt der Fokus mehr auf der Nachwuchsarbeit. Deshalb, die Bedingungen sind auch jetzt besser, muss man auch ganz klar sagen. Vorher waren die Bedingungen nicht gut mit dem Brummerskamp. Jetzt sind die Bedingungen für eine Leistungsmannschaft besser. Man hat bessere Möglichkeiten, Spiele an sich zu binden. Früher konnten wir viel über unser soziales Konstrukt punkten, was Schule angeht, Schule in Verbindung mit Fußball. Da sind wir ganz weit vorne, was dieses Thema in der Nachwuchsförderung angeht. Aber jetzt haben wir auch wesentlich mehr Talente. Du musst ja immer mal sehen, 2006 kann ich mich noch an eine Mitgliederversammlung erinnern, wo Markus Schulz meinte, das Damokleschwert hängt über uns. So, da hattest du halt kaum Kohle für eine Jugendarbeit. Klar, mehr als andere, aber du bist hier im Umfeld mit dem HSV, du bist hier im Umfeld mit Wolfsburg, die alles, was nur ein bisschen Talent hat, wegkauft. Wenn man sich vorstellt, dass Julian Brandt bei uns vor drei Jahren vor der Tür stand und gesagt hat, für mich geht es eigentlich nur darum, entweder zu Wolfsburg oder zu St. Pauli, der wollte zu uns kommen. Aber am Ende sagt er halt auch, ein gewisses Mindestmaß muss halt dann vorhanden sein. Und wenn er dann die Wolfsburger Strukturen sieht, dann sagt er auch, ich würde so gerne, aber es geht halt leider nicht. Und jetzt hoffen wir halt, dass wir gerade solche Jungs ziehen, dass wir solche Jungs kriegen, dass wir da immer wieder mehr Jungs kriegen. Und wir haben jetzt einen guten 94er Jahrgang, das war ein guter Jahrgang, und deshalb sind da auch schon die Grundvoraussetzungen leichter, um auch wieder Spieler aus der U23 an den Profikader heranzuführen. Wir haben regelmäßig jetzt Kulikas, Jakubiak, Baxter-Bahn, Graudens oben mittrainiert, das sind schon mal vier Stück. Bahn wird jetzt auch die Vorbereitung, oder hätte die Vorbereitung oben mitgemacht, leider hat er sich aktuell schwerer verletzt. Was schade ist für den Jungen, aber wir haben da jetzt ein paar Jungs dabei, wo man sagen kann, ja, die können den Weg gehen. Es gibt viele auch, die den Weg in die dritte Liga gehen können, oder wo wir jetzt einfach auch mal die Entwicklung abwarten, explodiert da jemand. Wer hätte 2007 gesagt, dass Marco Reus und Großkreuz bei Dortmund spielen, und für Deutschland zur WM nach Brasilien fahren. Ich meine, die haben wir bei uns alle im Stadion spielen sehen. Gute Spieler, toll gemacht, aber Dortmund hat die auch weggeschickt. Und da sieht man, was da alles noch für ein Potenzial in den Spielern steckt. Und wenn man ihnen die Zeit gibt und sie sich entwickeln können. Und da hoffe ich halt, dass in den nächsten ein, zwei Jahren da Spieler dabei sind, die dann den Sprung auch wieder nach oben schaffen und dann auch mutig entschieden wird, dass man den Spielern auch die Möglichkeit gibt, zu spielen. Weil das eine ist im Kader dabei zu sein, das andere ist aber auch den Mut zu haben, Spieler reinzuwerfen. Sondern ich gucke ja auch mal links und rechts, was macht ein Trainer. Man kann über Luis van Gaal schimpfen, wie man möchte, aber es war schon eine geile Entscheidung, dort zu sagen, ich knall dort einen Müller rein und ich knall dort einen Badstuber rein. Das muss man schon mal ganz ehrlich sagen. Ist nicht meine Führungsphilosophie, aber der hat die reingeworfen, der hat Mut bewiesen. Kommt natürlich auch aus der holländischen Mentalität heraus, Jugendspieler ausbilden zu wollen und auch die Chance geben zu wollen. Aber es zeigt doch, dass es funktioniert. Wir haben noch eine sehr philosophische oder sehr weit gefasste Frage vom User Olek gekriegt. Wie findest du die Entwicklung beim FC St. Pauli in den letzten zehn Jahren? Ich habe schon mal nachgefragt, wie meinst du das denn genau? Er meint so mehr das Drumherum, also die Infrastruktur etc. Und vielleicht auch kombiniert noch mit der Frage, die wir von Franco bekommen haben, wann übernimmst du denn die erste? Also vielleicht kann man das so fassen, was haben wir in den letzten zehn Jahren gut gemacht? Was hätte man besser machen können? Und wo siehst du vielleicht unseren Verein in fünf Jahren mit dir dann als Cheftrainer? Ich glaube, dass wir ziemlich vieles richtig gut hinkriegen. Wenn ich mich noch daran erinnere, was gab es für einen Streit zwischen Aufsichtsrat und Präsidium? Was war da alles los? Und die Streitkultur beim FC St. Pauli funktioniert. Wir streiten uns, wir diskutieren, wir machen und wir tun. Genauso wie Stefan das gesagt hat. Aber am Ende kommen wir meistens immer auf den grünen Nenner und kriegen viele Meinungen unter einen Hut. Das ist eine Geschichte, die aus meiner Sicht sehr gut funktioniert. Hat sich viel getan, gerade infrastrukturell, wenn man das Stadion sieht. Tolle Stadion. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch noch im alten Millern-Tor gespielt und es ist so eine gewisse Ambivalenz bei mir entstanden. Die alten Zeiten waren schon cool. Neuzeiten kommen mit dem neuen Stadion. Wenn ich da das alte Millern-Tor noch sehe. Aber ich bin jetzt keiner, der den Dingen nachtraut, sondern ich freue mich darauf, wenn das Stadion dann fertig ist, weil trotzdem, glaube ich, haben wir ein tolles Stadion. Das sind alles Themen, die wir im Verein echt toll hingekriegt haben. Ich hoffe auch, dass wir die Diskussion in der Fanszene, dass wir eine Geschlossenheit in der Fanszene hinkriegen. Glaube ich, ist auch ein guter Austausch, Fanclub-Sprecherrat, dass die Fanclubs sich dort einig sind, dass man dort auch geschlossen auftritt. Und man sieht auch immer, gerade bei den kontroversen Diskussionsführungen, dass am Ende, wenn es um gewisse Werte, das FC St. Pauli steht, dass dann alle wieder auf einen Nenner zurückkommen und sich viele dann darüber einig sind. Und das finde ich gerade toll, wenn es gerade um Diskriminierung geht, Rassismus, Homophobie und solche Themen, da sind wir uns alle einig und müssen nicht Diskussionen führen wie bei anderen Vereinen nach dem Motto, wir haben ja gar kein Problem oder die Probleme gibt es ja gar nicht. Und das finde ich großartig. Das stimmt. Die doofe Politik, die tragt ihr doch hier rein. Das ist ein schönes Ding. Wir haben gerade blinden Fußball-Bundesliga gespielt gegen Chemnitz, mit denen wir ein bisschen befreundet sind. Die haben einen neuen Torhüter. Ich meine, das kann man eigentlich nicht erzählen. Aber es war so, dann waren wir umgezogen, wir haben 1-1 gespielt. Wir hätten die eigentlich wegschießen müssen. War blöd. Wir haben das schnellste Tor der Liga gekriegt. Irgendwie nach vier Sekunden hat es geklingelt, weil wir noch nicht auf dem Platz waren. Aber am Ende der Torhüter, Patrick, der hatte ein T-Shirt an, schwarz mit grün drauf und dann stand so irgendwie Kinder-Schänder-Wegspritzen drauf oder sowas in der Richtung. Also es war vorne was drauf und hinten was drauf. Und der ist halt ein bisschen, okay, der ist jetzt nicht der absolut top intellektuell reflektierte Typ. Und wir hatten, unser T-Shirt steht hinten unser Hallen-Motto drauf. Keep your mind wide open. Und hinten drauf bei den Chemnitzern stand so Kinder-Schänder ins Labor. Und diese beiden Parameter, dazwischen habe ich mir auch gedacht, Mann, ich bin froh, irgendwie nicht bei denen zu sein. so irgendwie. Weil das ist wirklich grausam, düster und schrecklich und so ein bisschen so diesen Fokus zu haben, dass man wirklich den Kopf aufmacht und über Sachen nachdenkt und sich so ein bisschen in dieser doch, ja, weiß ich nicht, einfachen Fußballkultur sozusagen ein bisschen ja, mit offenem Visier sozusagen oder mit offener Überzeugung oder auch die Art, wie wir sozusagen oder wie gerade die Diskussion über Lennart Tiva oder sowas in der Richtung. Es ist da eben nicht stumpf auf eine Spur raufspringen und alter Scheißsexist bla, blub, bla, sondern auch reflektiert, wie kommt es dazu? Wie ist sowas entstanden? Und das ist glaube ich echt. Es ist toll, dass man solche Diskussionen führt, dass man auch hinter die Kulissen guckt und sagt, wie kommt es dazu? Wir wissen alle, es sollte nicht dazu kommen, aber toll ist immer wieder, dass wir zu einem Nenner zurückfinden und finde ich großartig in unserer Vereinskultur. Aber verbessert sich da insgesamt wirklich die Diskussionskultur auch in der Fanszene? Wir hatten ja vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dass es auch erschreckend war, wie schnell dann zum Beispiel im Fanforum die Sichtweise der Bild-Zeitung übernommen wurde. Also völlig willkürlich, in dem Moment wurde dann gleich das Allerschlimmste angenommen, dass er so die Frau wirklich direkt sexuell belästigt habe und seinen Rausschmiss aus der Mannschaft gefordert hat. Und in verschiedenen Facebook-Kommentaren natürlich auch. Das ist vielleicht auch eine Frage, die du vielleicht auch ein bisschen aus der Mannschaft erlebst. Das ist ja die sozialen Medien. Wie siehst du das? Fördern die so eine gewisse Hysterisierung? Wie bringt man das Profis dabei, sich da auch mental davor zu schützen? Das waren ja Sachen, vor denen ihr euch damals noch nicht schützen musstet. Ignorieren. Also ich muss dir ganz ehrlich eins sagen, Christoph, wenn heutzutage jemand unter Halodri73 seine Meinung kundtun kann, dann ist das für mich keine Diskussion, sondern das ist, da schreibt jemand was und es interessiert mich nicht. Sondern Diskussion ist für mich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte und fachlich gute Argumente auf den Tisch kommen und dann Austausch entsteht und dann der eine die anderen Argumente akzeptiert beziehungsweise vielleicht sogar übernimmt. Aber alles andere ist doch ganz klar, wenn du heute aus der Anonymität herausschießen kannst. Das ist doch das Leichteste, das kennen wir doch immer in allen Bereichen. Hinter dem Rücken wird gesprochen und das ist nichts anderes in den ganzen Foren, dass man dort nicht unter seinem realen Namen schreibt, sondern dass man dort von hinten heraus Leute anpiekst. Und das finde ich echt grenzwertig. Wobei ja die Hemmschwellen auch geringer werden. Insofern ist das ziemlich viele Leute auf Facebook auch unter ihrem eigenen Namen dann wüsteste Pöbeleien veröffentlichen. Ja, klar, logisch. Aber so einen Shitstorm, den gibt es halt nun mal. Das ist echt bitter. Das Wichtigste für einen Profi ist, dass du das gar nicht liest. Dass du damit gar nichts zu tun hast, sondern dass du mit guten Menschen einen guten Austausch führst, die dich dann weiterbringen. Das ist das Entscheidende. Nicht Menschen, die schreiben, Alter Digga, was ist los mit dir? Du Blinder, triffst das Tor nicht. Das bringt dich nicht weiter, sondern du brauchst einen guten Austausch. Du brauchst jemanden, der dich auf eine Ebene führt, wo du neuen Input bekommst. Das ist doch genauso wie bei dir. Ich brauche als Trainer Input, du brauchst Input, wir brauchen alle Input, was unser Leben angeht, was Philosophien angeht, Lebensführungsweisen. Das sind alles die Themen, wo wir gerne drüber sprechen können. Aber das bringt uns weiter. Aber nicht irgendwelche Themen, Facebook, Foren und so ein Scheiß. Was gemeines stelle ich mir vor, ist, dass man da Spielern was beibringen muss, was nicht zu machen. Es ist ja immer schwieriger, Dinge nicht zu denken, nicht zu machen und so weiter. Wie lernt man sowas? Es ist ja leichter, ihnen zu sagen, du musst jetzt das tun. Vollkommt richtig. Das ist genauso das Thema Hab keine Angst. Lustig. Hab keine Angst. Du brauchst nicht rausgehen. Du brauchst keine Angst haben. Da warten 70.000 Zuschauer auf dich. Oh ja. Trainer, danke für den Tipp. Ja, aber du... Formuliert man das dann positiv um? Von wegen, konzentrier dich auf den Pfosten auf der anderen Seite des Stadions oder irgendwas? Denk, Tricks? Man kann... Also es geht immer darum, eine positive Emotion herbeizuführen. So wie kriege ich jetzt eine positive Emotion herbeigeführt? Wenn 70.000 dastehen und ein Spieler hat Angst, vor Zuschauern zu spielen. Wobei, ist natürlich ein schlechtes Beispiel, wenn ein Fußballprofi Angst hat, vor Zuschauern zu spielen. Dann sollte man grundsätzlich mal fragen, ob er einen falschen Job gewählt hat. Aber es geht ja immer darum, positive Beispiele zu finden, positive Erlebnisse hervorzuheben. Über Musik zum Beispiel kannst du Emotionen greifen, dass du sagst, guck mal, nach dem Spiel haben wir dieses Lied gehört. Kannst du dich noch erinnern, wie toll dieses Spiel gegen XY war? Kannst du dich noch daran erinnern, wie wir danach gefeiert haben? Wie wir uns gefühlt haben? Was du diese Gefühle speichern? Weil kennen wir doch, dass es gewisse Situationen gab, wo Lieder dazu gespielt haben, wo man sagt, oh, das ist mein Lied. Und darüber kannst du Dinge greifen. Du kannst Dinge über Bilder greifen. Also du brauchst nicht die abgedroschenen Floskeln bringen, von wegen, ja, hab keine Angst. Oder, ja, Jungs, ihr seid da draußen nicht alleine. Punkt. Also das hilft dann weniger. Aber sprecht ihr denn jetzt konkret zum Beispiel über Social Media? Sagst du denen, ignoriert das? Oder ist das sowieso klar und die wissen das schon durch ihre vorherigen Stationen? Bei meinen Jungs ist das nicht so dramatisch, weil dort wenig negative Kommentare kommen. Aber am einfachsten ist das Ganze auch nicht zu lesen. Wir haben vorhin Eva Kaller thematisiert. Die leidet sehr darunter, wenn sie über ihren Facebook-Account beleidigt wird. Weil ihr Sohn einen Fehler gegen Sandhausen macht. Schnecke ist ein Spieler aus unserem NLZ, unabhängig jetzt von jeglichen Qualitäten, aber ist ein Spieler, der aus unserer Jugend kommt, der für den FC St. Pauli lebt und der für den FC St. Pauli brennt. Und wenn dann solche Spiele derart attackiert werden, dann ist es natürlich schon problematisch. Und die Mutter leidet da natürlich darunter. Ich sage immer, Eva, lese es dir nicht durch. Aber am Ende, wenn man es sich durchliest dann? Schnecke liest es nicht mehr. Er hat gesagt, er würde sich auch für einen Verein interessieren und hätte gerne ein Forum gelesen. Aber das hat er dann nach den Dingern einfach eingestellt. Aber Thema Schnecke fällt mir auch gerade eine Sache ein, die ich bei ihm auch ein bisschen merkwürdig fand, auch in der Art, wie darüber gesprochen wird. Ich habe nämlich manchmal den Eindruck, dass Schnecke deswegen ein schlechtere Standing hat, weil er einer von uns ist, weil er nicht von außen geholt wurde. Weil also das Fehler bei ihm viel härter bestraft wird als bei anderen Spielern. Es gibt ja manchmal so Phasen, wo sich Leute auf Spieler einschießen, teilweise auch aus Inkompetenz. Ich hatte zum Beispiel auch den Eindruck, als du von der Offensive in die Defensive gegangen bist. Da gab es dann teilweise Tribünen-Kommentare, die ziemlich negativ klangen, weil Leute das nicht gereilt haben, dass du jetzt was anderes zu tun hast. Da haben sie sich dann bald dran gewöhnt. Dann fanden sie es wieder gut. Trotzdem so dauerhaft, dass man sich immer wieder so einschießt, das scheint mir bei Schnecke besonders stark zu sein. Und ich habe auch den Eindruck, dass Dennis Dauber auch härter kritisiert wird. Ist das so ein Thema, der Prophet gilt nichts im eigenen Land und wie kann man dem entgegensteuern? Christoph, es ist doch ganz einfach. Wir versuchen Spieler zu entwickeln für unsere Mannschaft. Und haben wir vorhin schon thematisiert, dass wir keine Götzes und Draxlers haben. Was auch gar nicht schlimm ist. Dann kommt ein Spieler aus den Amateuren zu unseren Profis und er hat noch nicht die Qualität, um in der zweiten Liga zu spielen. Genauso wie meine Spieler in der Regionalliga auch Fehler gemacht haben. Nur der Mensch denkt nun mal in der Schublade, da kommt ein junger Spieler, Schublade auf, hat den Fehler gemacht, keine Qualität. Und dann die Reflexion zu besitzen, zu sagen, ey, der macht das jetzt schon wirklich viel, viel besser. Der macht das jetzt schon wirklich viel, viel besser als vorher. Das haben viele nicht. Sondern dann geht es immer wieder, der hat damals schon den Fehler gemacht, der macht jetzt den Fehler wieder. Und bei jedem Fehler wird genau die Schublade wieder aufgezogen. Das hat er vor fünf Jahren auch schon gemacht. Da wird nicht mehr genauer hingeguckt. Deshalb werden unsere eigenen Spieler da auch mehr kritisiert. Unabhängig jetzt davon, ob ein Trainer sagt, ja, der hat die Qualifikation für die zweite Liga oder er hat sie nicht. Aber das, glaube ich, ist ein Grund, warum unsere Spieler dort an der Stelle mehr kritisiert werden. Glaubst du, dass das auch mit einer mentalen Geschichte zu tun hat? Also wenn man Schnecke so ein bisschen mehr kennenlernt, dann ist das so ein bescheidener, zurückhaltender, das ist also das Gegenteil eines Lautsprechers und eines sich produzierenden Typen in dem Haifischbecken-Profifußball. Ist der zu lieb? Ist das ein Grund? Und Schnecke ist ein sehr introvertierter Mensch außerhalb des Fußballfelds, aber auf dem Fußballfeld, da kracht schon. Also seine Zweikampfführung ist an der Stelle hart. Ich bin ein Fan von Kaller. Ich mag die Spiele. Also deshalb ist er, glaube ich, nicht zu lieb, weil er auf dem Platz nicht zu lieb ist. Entscheidend ist, was passiert auf dem Platz. Und da ist er aus meiner Sicht überhaupt nicht zu lieb. Er begeht halt den einen oder anderen Fehler, der manchmal krasser ist als bei anderen, wie bei Sandhausen. Aber nichtsdestotrotz hat er auch schon sehr, sehr gute Leistungen für den Verein gebracht. Und das ist einer, der für den Verein steht, der für den Verein brennt und sagt, hier gehe ich durchs Feuer. Das ist auch einer, der hier bleiben würde, wenn alle sich verpissen, wenn wir absteigen würden und sagt, komm, ich packe hier nochmal an und versuche den Kahn wieder aus dem Dreck zu ziehen. Und das ist Schnecke Kaller. Der steht hier für den Verein. Unabhängig davon, dass wir nicht absteigen werden. Aber jetzt als Beispiel, solche Leute brauchst du auch im Verein. War das der Ausblick jetzt auf die nächste Saison? Was du gerade eben gesagt hast, oder? Weil wir hier immer so irgendwie unser Jahresabschluss und was hast du getippt, auf welchem Tabellenplatz landen wir? Ich habe das natürlich jetzt total, hole ich das aus dem... Ich habe das nicht rausgesucht vorher, weil ich gesagt habe, über die letzte Saison müssen wir eigentlich gar nicht mehr reden. Genau, ich wollte nur, was hatte ich gesagt, wo wir landen? Ich weiß nicht mehr. Platz neun. Wo landen wir nächste Saison, Maggie? Kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Wenn einer ist, weiß dann du. Wir wissen, wir haben keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Bei mir macht Andi Kreff die Aufstellung. Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wer noch kommen wird. Wer gehen wird, ist glaube ich klar. Die Jungs sind schon verabschiedet, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wer da noch kommt oder wer nicht kommt. Ich bin mal selbst gespannt, wo wir nächste Saison landen werden. Also auch kein Bauchgefühl? Was solche Themen, so Langzeitthemen angeht, habe ich jetzt nicht wirklich ein gutes Bauchgefühl. Du bist jetzt ja irgendwie über die trainierst du in fünf Jahren die erste Mannschaft Frage hinweggegangen. Ich frage einfach nochmal nach. Oder würdest du es gerne? Pass auf, das ist ein Thema, wo ich nicht entscheide. Für mich ist grundsätzlich eines klauernd, ich glaube, das habt ihr jetzt auch schon gespürt in den letzten anderthalb Stunden, dass mir die Arbeit mit meiner Mannschaft unglaublich viel Spaß macht. Weil es eine richtig, richtig dankbare Aufgabe ist, Jungs vor sich stehen zu haben, bei Regen, bei Dunkelheit, für ganz wenig Kohle, für einen Apfel und ein Ei stehen die da und sagen, Trainer, gib mir bitte Input. Bitte, bitte gib mir Input. Die fordern auch viel von mir ein und deshalb ist es einfach für mich eine geile Aufgabe. Unabhängig davon kann ich dir das alles, kann ich dir das nicht sagen. Also weißt du, ich habe für mich in meinem Leben festgestellt, dass du den Fußball nicht planen kannst. Also ich das erste Mal zum FC St. Pauli kam, habe ich mir gedacht, so ein halbes Jahr versuche ich zu lernen, dann im nächsten halben Jahr möchte ich auf der Bank sitzen und dann möchte ich im Jahr darauf ein halbes Jahr Einsätze bekommen und im letzten halben Jahr möchte ich Stammspieler sein. Ja, kam komplett anders. Ich habe das erste Spiel gemacht und war dann in der dritten Hälfte auf der Bank gesessen ohne Einsatz. Aber weißt du, das sind so Themen, die du an der Stelle nicht planen kannst. Vor allen Dingen, für mich ist immer ganz wichtig, dass ich an der Stelle nichts forciere, dass ich sage, es muss so kommen, sondern am Ende wurde ich immer durch Türen durchgeschubst und wenn ich nicht durch Türen durchgeschubst werde, dann bin ich echt glücklich mit meiner U23-Aufgabe. Also es ist ein richtig toller Job. Aber die Frage, die dahinter stecken könnte, ist ja auch sozusagen, dass im Jugendbereich oder im Nachwuchsbereich du eher eigentlich einigermaßen sichere Arbeitsfeld hast und Profifußball oder als Trainer, Cheftrainer, Profimannschaft auch schnell zu Ende sein könnte, wenn es eben mal nicht läuft oder so, weil das komplett wirtschaftlich ergebnisabhängig ist sozusagen und denkst du über sowas nach? Ja klar, logisch, vollkommen richtig, deshalb ist es ja auch so, man hört ja schon hin, wenn gewisse Leute etwas sagen und bei unserer Zertifikatsübergabe, als wir die Diplome erhalten haben beim Fußballlehrer, meinte unser Ausbilder auch noch, Frank Wormuth, sagt er dann auch zu euch, zu uns, Jungs, nutzt das NLZ als Ausbildung, das ist der dankbarste Bereich zu arbeiten, dort könnt ihr euch für den Profifußball wirklich fit machen, dort könnt ihr lernen, machen und tun und könnt euch verwirklichen. Nachher im Profibereich muss es sitzen. Das ist ein vollkommen richtiger Gedankengang, deshalb bin ich keiner, der jetzt gewisse Dinge forciert, dass ich sage, ich habe jetzt 2013 einen Fußballlehrer gemacht und ein halbes Jahr später stehe ich auf der Matte und sage, ich muss einen Erstligisten trainieren. Aber der Wunsch, in den Profibereich zu gehen, ist grundsätzlich da? Grundsätzlich ist der Wunsch natürlich da, aber es ist genauso, wie Wolf sagt, auf der einen Seite, wann wage ich den Sprung ins Haifischbecken und wann wage ich den Sprung ins Haifischbecken und die nächste Frage ist, wo? Weil ich habe immer so ein bisschen Piepel im Kopf, der ja sagt, also wenn ich das so von außen richtig einschätze, momentan, er ist mit seiner U19, glaube ich, total happy. Ich glaube, wenn dem nochmal, wenn es nicht gerade der FC Bayern ist, sagen würde, mach nochmal einen Profijob, würde er wahrscheinlich sagen, hm, muss schon sehr viel Geld darüber kommen. Und ich, so wie ich das einschätze, würde ich glaube, wenn wir jetzt endlich genug Geld haben, damit jemand Neues dazukommt, würde er den NLZ-Job, glaube ich, aufgeben und nur die U19 machen. Ist das für dich auch eine Option, dass du sagst, ich habe eigentlich an der Jugendarbeit denn so viel Spaß und ich will gar nicht im Profibereich? Das wäre ja die Alternative dann. Ich glaube, dass so ein Profibereich dann schon auch spannend ist. Also das würde ich an der Stelle nicht sagen, dass ich nicht in den Profibereich hinein möchte, sondern nur die Frage ist wann und die Frage ist wo. Weißt du, wo kriegt man die Chance dazu? Aber ich bin jetzt keiner, der mit den Hufen schadet und sagt, das muss heute oder morgen passieren, weil ich habe auch gesehen, dass viele sich natürlich da schon relativ schnell übernommen haben. Es gab Beispiele, die wunderbar geklappt haben, aber es gab auch Beispiele, also Henning Bürger weiß er auch noch, als er Jena übernommen hat und schnell wieder raus war aus dem Profifußball, genauso wie Wyck, der jetzt die Nationalmannschaft trainiert und damals, glaube ich, Rot-Weiß-Aalen in die zweite Liga geführt hat. So, das sind alles Beispiele, wo es sehr, sehr schnell ging. Auch bei Stani ging es relativ schnell und in der Zwischenzeit ist er jetzt schon länger ohne Job. Also das ist, glaube ich, dann nicht so leicht, sondern man sollte sich schon auch die Frage stellen, wann wage ich den Sprung und auch sind die Voraussetzungen gut? Sind es gute Voraussetzungen, um den Sprung jetzt zu wagen? Und da sollte man schon immer ganz genau hingucken. Wobei Henning Bürger ja dann wieder im Jugendbereich gelandet ist oder im Nachwuchsbereich. Aber du hast es ja auch gesagt, ich meine, People hat die ungünstigsten Voraussetzungen gehabt, um im Profibereich zu arbeiten zu dem damaligen Zeitpunkt. er war lange U19-Trainer, dann war er Co-Trainer bei den Profis oder U23-Trainer und dann war er Co-Trainer bei den Profis noch dazu. Und in der Saison, als wir aus der zweiten in die dritte Liga abgestiegen sind, die Mannschaft zu übernehmen, war natürlich schon ein Himmelfahrtskommando. Totaler Themenbruch, aber guckst du noch zum FC Hansa? Nee. Ist das ganz weg, die drei Jahre auch? Aus der Erinnerung raus? Nein, das ist nicht aus der Erinnerung raus. Aber prinzipiell ist es halt schon schwierig, alle zwei Wochen zu lesen, dass wieder ein Hansa-Fanbus eine Tankstelle überfallen hat, dass ein Mob von 30 Leuten oder von 50 Leuten Block gestürmt hat. Ich war mit meinem Sohn bei unserem Spiel gegen Rostock und dort sind dann Leuchtraketen in unseren Block geflogen. Hinter mir standen Vater aus ganz normalen Verhältnissen mit so meinem, mit seinem elfjährigen Sohn und es wurden diskriminierende Fraßen geschmettert vom Vater und seinem Sohn. Da habe ich mich schon gefragt, meine Güte, was ist hier denn los? Da tut man sich dann echt schwer, da tut man sich echt schwer, dann zu sagen, ja, man kann doch eine gewisse Emotion für den Klub aufbringen, muss man ganz ehrlich sagen. Hast du mit Finn Bartels mal gequatscht, hat der dann erzählt, mit dem scheiß Hansa-Rostock-Tunnel und so die Nummer so irgendwie, wo man selber den Verein Welchen Hansa-Rostocks scheiß Hansa-Rostock Na, die sind doch da in so einem Tunnel nach irgendeiner Weihnachtsfeier aufgegriffen worden oder halt sozusagen Ja, mit Pannewitz meinst du? Also als er noch doch, als Finn noch bei Hansa-Rostock gespielt hat, haben die nach irgendeiner Weihnachtsfeier dann irgendwie so scheiß Hansa-Rostock oder halt so sich da halt so Was Jahre später dann nochmal von einem St. Pauli-Block aufgegriffen wurde und als die St. Pauli-Werdung des Finn-Bartels bezeichnet wurde. Also schon vor dem Wechsel zu Braun-Weiß irgendwie Braun-Weiß gefühlt haben muss ansonsten er ja nicht in der Unterführung als Rostocker Vertragsspieler den Verein verwischt hat. Aber was ich jetzt interessant finde ist denn so zum Beispiel also wenn man so jetzt so die es gibt ja in Rostock auch eine korrekte Fanszene sozusagen also richtig richtig amtliche gute Leute die hier auch sozusagen befreundet sind mit St. Pauli Du meinst die Subtras? Das wäre jetzt ein großer Überbegriff. Ja aber ja es gibt kleine also ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe dort auch Fankreise kennengelernt so die Rostock-Fans aus Hamburg das sind in Hamburg lebende Mecklenburger und das sind echt ganz nette smarte Jungs die vieles auch differenzierter sehen da kam es auch im Trainingslager zum Austausch und es gibt mit Sicherheit es gibt mit Sicherheit auch in der Fanszene und wie du auch sagst aus der linken Szene heraus in Rostock da gibt es mit Sicherheit die eine oder andere Überschneidung aber insgesamt ist es halt vom ganzen von der Problematik oder die Problematik liegt eigentlich in der Menge der Menschen und in der Verkleinerung des Problems durch den Verein aber wir haben ja gar kein Problem sondern das ist halt immer so aus meiner Sicht echt grenzwertig wenn Probleme kleingeredet werden und weggeguckt werden wir haben hier gar nichts Sebastian Was mir gerade noch einfällt weil du ganz viel diese politischen Themen immer wieder in den Vordergrund bringst die hier ja auch eine große Rolle spielen und auch irgendwie schon gesagt hast dass das irgendwie gut findest dass das irgendwie relevant ist für die Fanszene wie ist denn das bei dir selber gewesen bist du auch schon mit den Themen als Thema für dich hierher gekommen oder bist du hier irgendwie erstmal über den Haufen gerannt worden von der Thematik Ich komme aus Bayern da gibt es nur da gibt es keine Politik da gibt es nur eine Meinung also ich guck mal ich war damals 21 als ich zu St. Pauli kam und ich war ein unbedarfter unpolitischer Mensch und das ist ja gerade der Punkt dass man durch Austausch auch Anregungen erfährt dass man dass man sich auch weiterentwickelt als Mensch durch gute Gespräche dass man da dadurch auch politisch Input bekommt wofür dass man sich dann auch Gedanken macht wofür stehe ich eigentlich was ist was ist meine Meinung zu den ganzen Themen und da hat der FC St. Pauli beziehungsweise nicht der FC St. Pauli das ist zu groß sondern Freunde die ich über den FC St. Pauli kennengelernt habe mir in diesem Austausch sehr geholfen und sehr viel neuen Input gegeben und das war das hat mir damals auch geholfen politischer zu werden eine eigene politische Meinung zu finden wofür stehe ich wofür stehe ich nicht nicht nur zum Wählen zu gehen und ein Kreuz hin zu machen weil man es machen muss sondern zu sagen wo setze ich bewusst mein Kreuz hin wobei es wird ja heute schon es ist ja heute schon wesentlich schwieriger die Parteien danach zu unterscheiden wofür die Parteien eigentlich stehen aber das ist finde ich irgendwie eben auch ganz relevant bei diesem Mallorca Thema weil irgendwie jetzt gab es da eine Situation die nicht so schön war dann gab es den Austausch mit der Initiative und ich sehe das eben auch so irgendwie wie du vorhin meintest der ist irgendwie 20 der hat ganz viel vor sich und noch so oder so ganz viel zu lernen weil man mit 20 einfach noch viel lernen muss und jetzt gibt es da irgendwie neuen Input und im Optimalfall läuft es halt auch so dass die dadurch irgendwie politischer werden und mehr von dem was St. Pauli ausmacht dann auch in die Mannschaft reinkommt von daher finde ich das eigentlich gar nicht unbedingt eine schlimme Situation sondern langfristig betrachtet kann das auch positiv sein ist eine Chance ja auf jeden Fall ja wunderbar bevor der ADAC kommt ich müsste ohnehin meine Pinkelpause einrichten glaube ich Stefan musste uns bereits verlassen der ist stillschweigend rausgegangen ich glaube wir machen mal ganz kurz einen Break die Pinkelpause in der Live-Sendung gibt uns die Gelegenheit zwei Hörer zu Wort kommen zu lassen wir hatten vorher gefragt ob jemand von euch uns mal grüßen möchte oder vielleicht bestimmte Fragen hat oder einfach mal Feedback loswerden möchte immerhin haben wir jetzt ja eine Saison rum und wahrgenommen haben das zum einen Johnny Jonas und zum anderen Tobi Beyer und die spielen wir jetzt hintereinander einfach mal ab viel Spaß ja hallo hier spricht Jonas ich sitze gerade im Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause wo ich euch normalerweise gerne zuhöre dieses Mal ist es andersrum denn ihr habt dazu aufgerufen euch Audio-Feedback beziehungsweise ein kleines Fazit zu geben was ich hiermit gerne tue vielen Dank Dank für euren wunderbaren Podcast und die Arbeit die ihr dort reinsteckt für mich als Nicht-Hamburger wirklich eine gute Gelegenheit sich auf dem Laufenden zu halten gerade auch mal aus Fansicht ansonsten tolle Gäste interessante Gespräche schöne Analysen vielen Dank an Wolf dafür ich verstehe zwar nicht immer alles aber ich kann ja noch dazulernen insofern macht einfach weiter so schön wäre es wenn es noch einen Chatroom gebe wo man vielleicht parallel mit ja auch mit anderen Fans die da zuhören mal diskutieren könnte sich ein bisschen einbringen könnte das wäre eine feine Sache zur Saison selber ja Fazit auf und ab aber unterm Strich wirklich eine Leistung von einer jungen mehr oder weniger frisch zusammengewürfelten Mannschaft die doch aller Ehren wert ist ich gucke frohen Mutes in die kommende Saison hoffe dass die Spieler oder dass die Mannschaft zusammenbleibt zumindest im Großen und Ganzen ich wünsche allen eine schöne Sommerpause bis denn mach's jubi Johnny Jonas beim Autofahren ich hoffe alles ist gut gegangen und jetzt noch Tobi Beyer den ihr vom Einschlafen Podcast vielleicht schon kennt der bei uns auch schon mal zu Gast war an beide vielen Dank und viel Spaß Hallo lieber Melanthon ihr hattet ja zu eurer letzten Episode aus dieser Saison um Audiokommentare gebeten und da will ich mich natürlich auch gerne daran beteiligen ich bin's der Tobi vom Einschlafen Podcast Pappkameraden Podcast und so weiter und so fort und ich wollte euch ganz herzlich Danke sagen für eure Arbeit ich finde nämlich den Melanthon extrem cool das ist eine tolle Sache die Idee ist natürlich schon mal super aber auch die Ausführung dass ihr euch da immer um 19.10 Uhr zusammenfindet und mit wirklich sehr interessanten Leuten ausgiebige Gespräche führt und auch ab und zu mal Gästen die Möglichkeit gibt ihre Meinung beizusteuern das ist eine klasse Sache gutes Konzept hat immer so ein bisschen was von ja von Konferenz irgendwie weil so viele Leute zusammensitzen und ihre Meinung beten es ist immer super aufgebaut und ich weiß echt nicht was ich sagen soll manchmal ist der Ton vielleicht noch verwässerungswürdig aber ich weiß ganz genau was gute Mikrofone kosten Headsets und so weiter insofern ihr macht alles richtig ist echt super ich freue mich immer ganz besonders wenn Christoph da ist ihr wisst ich bin ein großer Gegengradengerd-Fan aber was der Christoph im Rahmen des Vereins macht mit Museum und hast du nicht gesehen das finde ich einfach immer extrem spannend und unterstützenswert und ich freue mich immer von ihm zu hören und ich bin natürlich ein großer Wolf-Fan wegen AFM-Radio aber natürlich haben auch alle anderen ihren Platz in dem Podcast und ja ich freue mich über euch alle ich freue mich über jede neue Episode richtig cool fand ich die Idee mit dem vor dem Spiel nach dem Spiel auch wenn ich bei VDS immer an Vorratsdatenspeicherung denken muss müsst ihr wahrscheinlich selbst ist ein bisschen merkwürdig ich schaffe es das ich schaffe das leider nicht immer das zu hören und wenn das Spiel dann vorbei ist dann höre ich mir das vor dem Spiel meistens auch nicht mehr an das ist dann immer so ein bisschen naja es ist halt so es ist ein sehr zeitgebundenes Event wobei die Nachbesprechung der Spiele in den normalen Episoden Melanthon da für mich besser funktionieren ja ich möchte mich auch nochmal ganz doll dafür bedanken dass ich auch schon als Gast eingeladen war das war eine nette Sache ich finde das super dass ihr auch anderen Meinungen und anderen Stimmen dann den Platz gebt im Melanthon es ist ja nun mal so dass auch bei St. Pauli nicht alle immer einer Meinung sind und wenn ich dann mit meiner doch etwas anderen Meinung und vielleicht etwas zu viel Respekt vor anderen Meinungen bei euch auch eine Stimme finde dann finde ich das super vielleicht werde ich ja in der nächsten Saison mal wieder eingeladen würde mich sehr freuen würde gerne wieder dabei sein bei einer Meinung beziehungsweise es ist gar keine Meinung sondern eine Aussage da sind wir uns alle einig und da gibt es auch keine zwei Seiten und auch keine Neutralität und es ist vollkommen klar kein Fußball den Faschisten und mit diesem Satz den ihr dann ja auch nochmal besprochen habt möchte ich mich verabschieden lasst euch nicht voll labern von euren Audio-Kommentatoren und tschüss bis zur nächsten Saison so da sind wir wieder Thomas Meckle ist jetzt mit dem Fahrrad auf dem Weg zum ADAC um sein Auto zu reparieren wir haben noch auf dem Zettel die zurückliegenden Spiele und haben uns kollektiv dafür entschieden über das 0 zu 3 gegen Aalen möchte keine Sau mehr was hören und wir wollen auch nichts darüber reden das heißt das nächste Spiel was wir besprechen wollen ist dann das 4 zu 0 welches der 1. FC Köln gegen den rumreichen FC St. Pauli erzielt hat und ja ich würde das Spiel glaube ich auch nicht groß drehen aber es gab eine Sonderzufahrt und die hatte das wunderschöne Motto Helden der Kindheit ich gucke mal eben in die Runde Wolf war dabei und ich war dabei immerhin als was warst du denn da Wolf ich dachte dass ich als Daktari gehe bis ich dann gelernt habe dass Daktari einfach nur die Station ist dieses Tierdoktors das war so eine Serie der Kindheit und das fing ein bisschen damit zusammen eigentlich wollte ich als Björn Borg gehen weil der tatsächlich mein Held der Kindheit war und ich hatte auch schon bei Ebay Kleinanzeigen irgendwie so eine Fila Trainingsjacke versucht zu ersteigern aber das hat dann nicht mehr geklappt weil nicht mehr genug Zeit und irgendwie so ein Osterstraßen Flohmarkt da habe ich dann so ein Äffchen gesehen auch ein Strohhut den es günstig zu erwerben war und vorher hatte ich so eine Camouflagejacke in der Hand sozusagen so eine Tarnjacke die wirklich so mit Dschungeltarn irgendwie ausgestattet war und dachte so 10 Euro nee mache ich nicht irgendwie so Tarnjacken finde ich scheiße und danach habe ich das Äffchen gefunden für 50 Cent und den Strohhut für einen Euro oder so oder beides 50 Cent und dann habe ich gesagt okay ich gehe nochmal los ich hole nochmal die Tarnjacke und bin dann mit kleinem Äffchen wobei nicht klar war es gibt Judy das war dieser Schimpansen Mutter und die hatte meiner Meinung nach auch ein kleines Baby so aber da dachte ich wusste ich nicht wie das hieß und wir haben auf alle Fälle gegoogelt ich bin Dr. Marsch Tracy gewesen ich habe keine Ahnung wovon du gerade redest Daktari ich hätte tatsächlich auch gedacht Daktari wäre eine Person Daktari Daktari hieß die Station das war sozusagen die Farm oder die Ranch also auch aus den Teilen ohne externe Experten kann man in dieser Sendung etwas lernen das nehme ich ganz positiv mit und wir haben noch nicht mal über Mode gesprochen heute in der Tat und wir haben auch noch kaum Werbung für die Bild-Zeitung gemacht peripher für die Klatschspalte Thema Mallorca immer gut dran ja die letzte Übersteiger-Ausgabe war auch sehr gelungen muss ich sagen dafür kann man auch Werbung machen bringt erzähl doch mal was ich würde gerne wissen als was bist du gegangen wir haben uns im Zug gar nicht gesehen wir haben uns glaube ich morgens in Altona gesehen oh Sebastian es kann sein dass wir gerade nicht online sind ne das kann nicht sein weil wir sind voll auf Sendung alles klar wir sind voll am Senden vielleicht war das noch aus der Sendepause richtig das ist aus der Sendepause weil ich habe den Regler runtergezogen wir haben sogar unser Vorgelaber eben ist mit gestreamt worden aber zum Glück nicht in der Aufzeichnung die Technik zwischendurch mal die Regler runterzuziehen um zu gucken ob irgendwer das merkt finde ich ganz gut fantastisch aber okay also erst mal die Antwort auf deine Frage ich bin als Tom Sawyer und Huckleberry für eine Person gegangen wie hast du das Ding gemacht warst du so mit Schwarz im Gesicht ein bisschen Dreck ins Gesicht geschmiert ich war total einfallslos mir ist nichts eingefallen ich habe dann überlegt so eine He-Man Verkleidung wäre echt cool da gibt es auch so Ganzkörperverkleidungen die kosten dann aber bei Fahnenfleck irgendwie 80 Euro naja das war alles nicht so meins und dann habe ich mir einfach so ein Strohhut auf und eine kurze Hose an und ein kariertes Hemd das ging dann irgendwie und ein bisschen Dreck ins Gesicht und dann konnte ich mich auch nicht entscheiden ob ich Tom Sawyer oder Huckleberry Finn bin dann habe ich gesagt bin ich beides in einem und von neun Leuten die mich gefragt haben wer ich denn bin habe ich gesagt immer rate mal und acht haben tatsächlich gesagt wahlweise Tom Sawyer oder Huckleberry Finn also es war nicht so schlecht scheinbar und für mich war noch geil ich habe dann irgendwie Ansagen bekommen irgendwie von einer Serie da heißt einer Crocodile Hunter oder sowas das ist dann nicht nicht Daktari sondern ein bisschen später und das soll wohl total cool sein Crocodile Hunter nicht dann die nee 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 Crocodile Hunter irgendwie so eine komische Serie das fand ich überhaupt auch sensationell dass die ganzen Figuren du warst dann ja eine literarische Figur ne ja und es gab ja noch mehrere ich habe eine Momo kennengelernt weil irgendwann habe ich dann gesagt so Serral eigentlich unser Blindenfußball Spieler Freund der gerne auch mal mit auswärts fährt der hatte eigentlich auch ein Ticket hat dann aber gesagt nee ich arbeite die ganze ganze Woche und so dann doch kein Bock und nee will ich nicht mitfahren dann habe ich gedacht so Mensch eigentlich ist das ganz geil auch zu hören so ich habe dann so 50 Minuten oder 60 Minuten lang Audio aufgezeichnet und habe die Leute immer gefragt was sie sind so und da sind dann echt extrem geile Geschichten zustande gekommen die leider noch nicht geschnitten sind weil das einfach zu viel Aufwand ist oder zu wenig Zeit was war deine Lieblingsgeschichte gibt es eine die du so weiter erzählen kannst ja ich fand Clemens total geil also Clemens auch von Enfant Terrible Fanclub so der war da mit Jungs unterwegs und der ist sozusagen in so einem Böcklunder Trikot glaube ich rumgelaufen und der hat gesagt er geht einfach so als in Erinnerung seines ersten Stadionbesuchs 1991 auf der Nordkurve das ist der Held seiner Kindheit und hat dann auch so einen roten Seidenblouson angehabt und sagt er hätte damals dann jemanden gesehen der in so einem gelben Blouson auf der Nordkurve stand und hat gesagt so hey was ist das hier für ein Zaun was ist das für eine Verkleidung oder wie kann man so aussehen das ist ja cool also seine Erinnerung an den ersten Stadionbesuch hat er sozusagen in der in dem Trikot und in dieser Kleidung so drin gehabt und der zweite Lieblings Held der Kindheit ist gewesen mein wie heißt damit mein Namensgedächtnis immer total schlecht überlegt mal ich erkläre in der Zeit was meine Highlights waren Bernd das Brot Marten in der Verkleidung als Bernd das Brot war großartig er hatte also auch so ein Ganzkörperding als Bernd das Brot Schaumstoff oder wo Schaumstoff ja ganz Weltklasse sah super aus es gab natürlich ganz viel Pipi Langstrumpf ganz viel Pantau und all sowas aber war irgendwann Kermit der Frosch es war auf jeden Fall Ernie und Bert waren dabei Spaddel als Ernie und wer war denn Bert ist auch da gewesen ja ich weiß nicht mehr wer Bert war ich glaube Nils Nils war der den größten Entertainer dieses des letzten und dieses Jahrtausend aber die schönste Verkleidung dann wo ich mich am meisten drüber gefreut habe weil ich kurz überlegt habe es selber zu machen aber gleich eingesehen habe dass das nichts wird war Sandra mit Regina Regenbogen Regina Regenbogen Regina Regenbogen was ist das für ein ist das sowas wie sowas ähnlich wie Bibi Blocksberg ja also Regina Regenbogen ist ein Mädchen was eben damals ich erzähle es bestimmt total blödsinn man würde mich widerlegen aber sinngemäß sorgt sie dafür dass die Welt bunt bleibt es gibt einen Typen quasi so wie Gargamel bei den Schlümpfen der die ganze Welt grau zaubert und sie hat immer Farbkristalle dabei und macht die Welt dann wieder bunt also ein so ein Mädchen Zeichentrickfigur mit einem ganz großen blonden Pferdeschwanz und so das Kostüm grundsätzlich blau aber die Arme und Beine immer so in Regenbogen gestreift und sie hat ein Pony wahlweise Einhorn auf dem sie reitet und Sandra sah wirklich aus wie Regina Regenbogen und ich war total hin und weg meiner war Philipp der sozusagen ich glaube er heißt Philipp ich weiß es nicht genau aber der ist gelaufen in einem weißen Kittel in einem weißen Schlachterkittel und hat gesagt ich gehe als der Wurstverkäufer der mir immer als ich in die Fleischerei gekommen ist ein Stück Fleischwurst gegeben hat das war der Held seiner Kindheit und das fand ich so das war so auch und dann was ich auch lustig fand es gab also wenn man das so ein bisschen jetzt aus der entfernten Perspektive betrachtet es gab Filme ganz klar die meisten waren Filmfiguren es gab literarische Figuren es gab aber auch sozusagen Super Marios ist jemand als der Butt dann gegangen oder was für literarische Figuren waren das? Momo zum Beispiel Tom Sawyer Tom Sawyer Momo ich weiß gar nicht welche gab es noch aber es gab dann halt auch sozusagen auch Telespielfiguren also Super Mario und es gab sozusagen mein Gott wie hieß die noch das Miraculix die Miraculix Frau so Kinder das Essen ist fertig keine Reaktion Maestrie und dann Miraculi ist fertig aber was muss man nicht die Asterix sondern Miraculix eine Werbefigur sozusagen also das wäre so Tilly Tilly ist nicht dabei gewesen also Tilly wäre dann so wo baden sie baden gerade ihre Hände drin oder Tilly doch peinemodig oder sowas auch nicht da glaube ich ne aber aber was muss man für eine traurige Kindheit gehabt haben wenn man als Werbefigur eine Werbefigur als Helden der Kindheit du ich glaube das ist auch eine Problematik mit den Kostümen ich habe auch gerade überlegt ich wüsste gar nicht wer bei mir Kindheitshelden ist und dann muss man es auch noch irgendwie hinkriegen und der Moment wenn die Mama ruft Kinder das Essen ist fertig ist bestimmt eine Heldengeschichte gewesen Moment ich wollte noch kurz was fragen es geisterte heute kurz durch Facebook die Geschichte von einer kurzzeitig geklauten Zaunfahne die dann zurückerobert wurde was das Schöne daran war war dass die Eroberer halt alle auch im Kostüm waren sodass dann die Diebe der Zaunfahne von Zorro und Konsorten mit wilden Kampfschreien verfolgt und schließlich überwältigt werden konnten das habt ihr aber nicht mitgekriegt anscheinend also ein Spaßklau oder das kann ich nicht beurteilen ich glaube das klang in der Darstellung schon recht ernst gemeint ich habe es nur so zwischen aus dem Augenwinkel in 30 Sekunden mal kurz drauf geguckt gesehen fand es lustig scheint passiert zu sein die hatten halt ein Foto dann von von sich irgendwie Fanclub tut mir leid lieber Fanclub falls ihr es gerade hört ich habe vergessen welcher Fanclub es war ihr sah toll aus in euren Kostümen habt eure Fahne die ihr da wiedererobert hatte präsentiert und die ganze Geschichte stelle ich mir sehr spektakulär vor besonders für den keine Ahnung wenn der Dieb sich das einfach nur kurz geschnappt hat und dann guckt er sich um da kommen brüllende Comicfiguren auf ihn zugestürmt das ist natürlich schon eine andere Geschichte Stimmt Comicfiguren waren auch noch ein paar dabei also Lucky Luke Sönke als Lucky Luke stark der Mann der schneller spricht als den Schatten es erinnert mich jetzt natürlich gerade an die Fahrt zur Europawahl die Stefan vorhin schon mal ansprach wo dann ja auch ein Waggon England und ein Waggon Irland war und die IAA dann irgendwann das Großbritannien überfallen hat von daher frage ich nach Spaßklau ob das da vielleicht auch der Fall war aber gut auf jeden Fall als wir in Köln ankamen war das unfassbar für mich was für ein hohes Pilzei-Aufgebot da am Gleis stand wie hast du das gesehen also ich fand es einfach unglaublich weil da einer war als Benjamin Blümchen verkleidet Richtig Benjamin Blümchen war der hat auch ein richtig gutes Kostüm das heißt die haben also mit einem gigantischen Polizeiaufgebot Benjamin Blümchen Lucky Luke und Regina Regenbogen in Schachgeheim aber das Ding ist also wir sind am Bahnhof angekommen warum landen solche Sachen nicht auf den Titelseiten der Boulevardzeitung weil es muss doch geile Fotos gegeben haben die ganze Absurdität von diesen von diesen Aufgeboten wird dadurch doch wunderbar das war halt in Köln-Deutz angekommen und Deutz ist halt auch sozusagen Straßenbahnverkehr direkt zum Stadion und das war dann so dass dann der St. Pauli Sonderzug Fangruppe die große Gruppe sozusagen bevorzugt zur Straßenbahn gebracht wurde sozusagen um da in einem einzigen nur von St. Paulianern bevölkerten Straßenbahnzug oder genau genommen zwei oder zwei waren es glaube ich oder zwei, drei einer ist vorne weggefahren die ersten Stefan DJ DSL ist als Nick Knatterton gegangen sah gut aus als ich ihn dann aber gefragt habe warum gehst du nicht als Toni Polster und so und er scheiße der Disco-Toni der Disco-Toni ist wirklich der Held seiner Kindheit und da hat er dann gemerkt dass das auch einen Bezug zu Köln hat und wäre auch gegangen und war total geknickt dass er sich sozusagen mit dem Helden der Kindheit ein bisschen vergriffen hat Nick Knatterton ist aber nun auch nicht schlecht natürlich muss man echt mal drauf gekommen sein und eigentlich wäre er gerne als Helmi gegangen Helmi ist so ein Verkehrserziehungsfigürchen aus Österreich irgendwie der Helmi der immer den Helm auf hat und so und der macht das richtig und so und irgendwie das auf alle Fälle war es dann irgendwie ich musste dann halt bin dann raus weil ich dachte scheiße Kessel Polizei dauert zu lange wir waren auch nicht so viel oder so viele Stunden vorm Spiel da und dann war aber klar irgendwie raus Polizei raus okay dann wieder runter zur Straßenbahn und dann habe ich gesehen dass da abgeriegelt ist dann stand ich mit den Kölnern da und sah die St. Paulianer sozusagen im Bevorzug und dann habe ich gesagt Entschuldigung ich würde hier gerne nochmal wieder durch einmal raus Polizei wieder rein Polizei und dann gab es sogar Polizei Eskorte der Straßenbahn die ganze Zeit also die sind neben der Straßenbahn hergefahren am Stadion dann auch ein paar ja erlebnisfreudige Kölner Jungs die dann über irgendwelche Absperrgitter klettern wollten und die üblichen Armbewegungen Straßenbahn fährt ein da am Stadion und bei uns ein paar aktionsfreudige Menschen dann gleich im Laufschritt Richtung Kölner gerannt so und dann das war der einzige Punkt wo sozusagen diese super turbo sichere Polizeibegleitung kurz abgerissen ist weil die Straßenbahn dann links so in dieses Stadion Gelände einfährt und da keine Fahrspur mehr nebenher läuft und das war dann der Moment wo ganz kurz so ein bisschen ey ihr pöbelt uns nicht an Waren die aktionsfreudigen Menschen auch kostümiert oder war das dann doch zu viel Humor Unsere? Also die Kölner haben wir nicht losgerannt sind Ich glaube unsere also die die aktionsfreudigen die dann losgesprintet sind die hatten keine störenden Kostüme dabei glaube ich Also Benjamin Blümchen ist nicht auf die Kölner Richtig genau das ist richtig das war der Satz der es korrekt wieder gibt Irgendjemand hat als Wumbo gegangen Nicht dass ich wüsste Ne das war die das war die Vermutung ob es Dumbo ist oder Benjamin Blümchen Ich hab das nachgefragt Ne Wumbo Das war so Wumbo Wumbo war es zeitweilig ja hier mal als Maskottchen eingeführt werden sollte Achso Ne Benjamin Blümchen Hab ich nicht gesehen Aber es war geil ich fand super es waren auch nicht alle verkleidet es war irgendwie ein Teil verkleidet aber es war also ein großer Teil zumindest hätte ich nicht mit gerechnet fand ich auch und auch wirklich viele kreative Sachen dabei Hast du die Mila Mila Irgendwie so ein Manga-Comic Da waren vier Ja Volleyballer Die so eine Volleyball-Manga-Comic-Figuren Die haben da auch eine Tresenschicht gehabt Alle in ihren Trikots hatten auch Volleyballe dabei Also das war sozusagen sogar in Gruppen Ich glaube es war die die Handball-Damen-Mannschaft aber ich bin mir nicht sicher Auf jeden Fall waren die als eine japanische Volleyball-Mannschaft Das muss Mila Mila Superstar oder? Ja genau Die haben auch immer einen Song von dieser Zeichentrick-Serie getrallert Also die hatten Spaß War das nicht GMS? Ne, keine Ahnung Kann auch sein Weiß ich nicht Ich glaube es war GMS Mag sein Das war geil Ja Dann war Fußball Dann war 4-0 Dann war vorbei Nein, okay Finde ich gut Aber die Gewichtung gefällt mir ausgesprochen gut Passt, ja Aber ich fand das Krasse daran diese Meisterschaftsfeier der Kölner so dann auf der Tribüne Alle in den roten Pappen da und richtig hier mit diesen Alufontänen da wo dann immer so dieses Lametta rausfliegt Also das Erste was ich bei der Feier wirklich schlimm fand und das habe ich auch vergessen im Bock-Cast wo ich ja zu Gast war zu erzählen Die Kölner haben bevor sie die Schale bekommen oder die Radkappe bekommen haben ein Highlight-Video der Saison eingespielt Und das war eine Musik wie bei der Beerdigung Also ohne Text irgendeine ganz getragene dunkle Melodie die zu diesen Highlight-Videos kam wo ich immer dachte Alter feiern wir jetzt den Abstieg oder was Ja so ungefähr also nein es war ein bisschen ein bisschen anders aber fand ich schlimm und das haben sie dann irgendwann später nochmal gespielt wo ich dachte es ist schon wieder einer gestorben Also das fand ich schlimm und dann das was ich auch bei der Feier insgesamt nicht so schön fand es war halt permanent Musik also man hat der Mannschaft nicht die Chance gegeben mit den Fans zu feiern und den Fans nicht die Chance gegeben selber zu singen also was zum Beispiel jetzt der krasse Gegensatz bei der Ballverabschiedung war Ja da wurde auch mal was eingespielt aber in der Regel war es immer dass es von den Rängen kam und das war bei Köln gar nicht der Fall Meine TSU-Mann hat ja live gesungen und eingespielt Ja da haben dann auch die Höhner gesungen aber Also ich meine nur bei Ball jetzt aber das wollten wir eigentlich gleich essen Machen wir gleich Was mich da auch gestört hat bei den Höhnern war vor so irgendwie Also beziehungsweise jetzt sofort können wir hier glaube ich keinen fragen oder hat einer hier eine Ahnung direkt Ne Ich finde das was aufgefallen ist bei dem Spiel dass aus dem Kölner Supportblock wo auch die wilde Horde steht oder sowas ganz viel in Richtung irgendwie wie heißt die ganz viele politische antifaschistische Banner hochgehalten wurden Also das ging dann irgendwie um den braunen Sumpf von Ja gut Also es war die die Coloniex die haben Banner gegen pro Köln und pro NRW hochgehalten das war auch gut das ist auch im Nachhinein gefeiert worden die wilde Horde hat sich größtenteils an St. Pauli abgearbeitet wie man das von ihr kennt das sollen sie dann gerne machen zur Stimmung vielleicht noch generell ich fand die Stimmung in der Kölner Kurve war gut die haben auch eigentlich permanent irgendwas gemacht und auch verschiedene Sachen gemacht also das fand ich wirklich gut aber du kriegst das das restliche Stadion nicht animiert also dafür dass da an dem Tag die Meisterschaft gefeiert wurde die Rückkehr des FC in die Liga die zur Champions League Teilnahme berechtigt und ähm dann ein ein nicht als Laufkundschaft angereister Verein eigentlich zumindest vom Namen äh mit 4-0 weggeschossen wird da war nix also die die beiden geraden und auch der der Teil rechts von uns da war Totentanz da war nix da ist also steht auf in der Kölner Seite war das höchste der Gefühle äh war ich furchtbar enttäuscht also das fand ich ganz ganz schlecht wie gesagt die Kölner Kurve sicherlich einen guten Job gemacht und auch Spaß gehabt aber der Rest des Stadions hat mich zumindest für das Spiel für den Anlass für den Tag ähm sehr enttäuscht nichtsdestotrotz ich hatte einen super netten Tag ich hab mich mit Kölner Twitter Fans also Köln Fans die ich über Twitter kenne getroffen und ähm das war zumindest sehr schön das zeigte auch so ein bisschen die Idiotie in der Polizeitaktik dann also nachdem die da hinterm Zaun standen und sagten ey komm doch her dann würde ich eventuell rüberspringen und dich angreifen und so und unsere dann gleiches halt von der anderen Seite gemacht haben ähm ging man dann ja in dieser Masse auf diesen riesigen Rasen rauf und die Polizeikette marschierte da so abschirmend rechts von einem entlang und hinter also 20 Meter dahinter stand dann der vom 1. FC schönen Gruß Dominik ähm mit dem ich mich treffen wollte und ich bin dann halt durch die Polizeikette durch und hab ihn da freundlich umarmt und wir haben uns da begrüßt und so machten das viele andere auch also es war einfach völliger Schwachsinn mal wieder und ja das ist aber das ist halt dann so die Taktik ne das ist die Polizeitaktik da kommt die Horde und die Masse und die Menge und als Menge St. Pauli Fans bist du dann Ziel sozusagen oder das ist die Gruppe die dann sozusagen als feindliche Gruppe wahrgenommen wird und auf dem also kurz hinter der Polizeikette standen ja ganz vereinzelt Menschen mit St. Pauli Trikot und sonst was aber das ist dann halt nicht die aktive Fanszene oder nicht als als wirkliches Feindbild irgendwie taugend so auch wenn du da alleine dann langläufst ich glaube das ist einfach die die Geschichte ich hatte so ein ähnliches Erlebnis mal in Rostock wo wir dann immer versucht haben noch den Sonderzug zu kriegen und die dann irgendwann gemerkt haben dass wir nach Hamburg wollen so und dann brennen so Hooligan-Schränke neben dir her und klopfen dir auf die Schulter und sagen Mensch ihr seid ja ganz okay aber die anderen von euch die sind richtig scheiße Zack so alle wieder wach Hallo Ja ja Sonderzug nach Hause Gute Nacht oder gibt es noch was zu ergänzen Champions League war das Stichwort ich kam mir da wirklich so vor dass als ob Köln Champions League spielt das was Thomas Meckle hier erzählt hat Traxler und was hat er noch gesagt hier Max Meier etc Talente Champions League Niveau werden wir nie haben und so wie Köln gespielt hat habe ich gedacht so das werden wir nie erreichen also so einen schnellen dynamischen athletischen Fußball das ist eine Nummer zu groß fandst du nicht? Nie oder da kannst du ja den Tag nicht finde ich auch sehr 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 pessimistisch also ich könnte mir schon vorstellen dass wir mal wieder so eine Phase haben oder vielleicht eine Phase wo der Fußball noch besser ist als wir ihn je gesehen haben ich fand das Hinspielen ist da eigentlich das Gegenbeispiel weil im Hinspiel haben wir auch so gespielt wir haben halt die Tore nicht gemacht aber wir haben gut mitgespielt und wir haben mit Chancen rausgearbeitet und wir hatten einen Timo Horn im Kölner Tor der halt die Bälle magisch angezogen hat also ich ich glaube halt mit dem Spiel gegen Kaiserslautern als wir in der Nachspielzeit den Treffer gegen uns statt für uns bekommen und dem dann folgenden Spiel bei Cottbus war die Saison durch und das hast du dann auch gemerkt dass da halt die Prozente fehlten hast du recht also Muster ohne Wert Muster ohne Wert das hat mal nur beeindruckend was Köln da auf die Matte gestellt hat fand ich das war schnelles saugeiles Spiel gute Innenverteidiger irgendwie Lehmann der da alle Fäden gezogen hat der wirklich die Sprintwege nach hinten als sicher in der Sechser gemacht hat ich weiß ich fand es ich fand es ein gutes Spiel guten Fußball von Köln wir haben auch gute Leute und irgendwie Lehmann spielt gefühlt auch die beste Saison seit er bei uns die Aufstiegssaison gespielt hat also muss man auch sagen aber Muster ohne Wert damit kann ich mich dann anfreunden und ja ja und dann kam der 11. Mai 2014 das letzte Spiel des Fabian Boll müssen wir über das Spiel reden ist jetzt auch schon wieder so lange her 2-2 Schluss ich kann mich jetzt wirklich nicht mehr so genau an das Spiel erinnern muss wie geht euch das? ich lese hier gerade die Torschützen Christopher Nöte 1-0 Sebastian Maier 2-1 habe ich auch gar nicht noch im Zettel ja okay doch das wollen wir gleich zur Verabschiedung von Boll übergehen oder? ja tschüss Boller das war wunderschön mit dir ich fand es sehr rührend irgendwie ich bin so ein stumpfer Stein was Spielerverabschiedungen angeht und meistens ist es dann doch eher so naja ich binde mich nicht an die Spieler sondern an den Verein und jede Saison geht irgendwer und bei Boll war es dann vorher schon so ein bisschen so dass ich dachte okay ist jetzt schon was besonderes der Gute ist zwölf Jahre in dem Verein und hat irgendwie da für mich Fußball gespielt wenn man so will und das ist irgendwie nicht ganz die Hälfte meiner Fanzeit also es ist schon irgendwie ein Zeitraum der mehr Relevanz hat und hab dann im Stadion schon ja jetzt nicht geheult aber schon eine Träne im Augenwinkel gehabt das fand ich überraschend weil ich da vorher von mir selber nicht so mitgerechnet hab und was du eben von Köln meintest mit dem inszenierten fand ich irgendwie wenn dann sehr St. Pauli kompatibel inszeniert dass irgendwie GTS dann irgendwann angefangen hat zu singen dann hat er irgendwann aufgehört das passte auch super in den Moment fand ich das würde ich auch noch nicht als Inszenierung sehen naja aber irgendwer wird es geplant haben und gesagt haben und dann GTS in die Messe und singt ja Boll hat sich das ja auch schon schon vor langer Zeit gewünscht ja das ist aber schon eine Inszenierung haben sie abgestimmt und es ist einfach eine Absprache also man inszeniert ist ist eigentlich mehr wenn es dann ein Podest gibt wo dann irgendwie Uhlmann mit einem großen Umhang steht und so na gut nennen es geplant und ich fand es gut wie ansatzlos dass das kam also das er stand da einfach mit seiner Gitarre und hat das Lied gespielt und das Lied hat die Leute dann überzeugt und mitgenommen und der Mittelkreis war seine Bühne ja so also aber das mir gefiel daran dass tatsächlich das Ding auch in den Momenten wo dann auch ein sehr bekannter Musiker aufgetreten ist aber immer irgendwie in seiner gesamten Ausprägung von den Rängen bestimmt wurde also die Leute auf den Rängen haben beschlossen dass sie das jetzt mitsingen und damit ja auch noch viel emotionaler gemacht diesen Moment und es war genug Zeit auch dass die Mannschaft der Spoiler sich von allen Tribünen verabschieden konnte und nebenbei fand ich dann auch gut zu sehen dass so eine so eine Masse sich natürlich wir kennen die Beispiele oft auch blöd verhalten kann aber in dem Moment sich wunderbar verhalten hat in dem die Leute auch erkannt haben wir vermissen Borla ganz enorm aber es ist jetzt auch mal an der Zeit nochmal einen Moor einen Schindler nach vorne zu holen und die also entsprechend auch dann gefeiert wurden und verdammt nochmal wer war nochmal einen Abschied habe ich jetzt gerade vergessen noch Bartels ja gut aber das Ding ist aber Bartels insofern dass der nicht vergessen wurde war mir schon relativ sicher aber dass auch eben Moor und Schindler ihre Portion Liebe mitbekommen haben das fand ich wirklich schön weil auch das komplett überhaupt nicht inszeniert war richtig aber das geilste ist doch sozusagen nicht abgesprochen keine Medienkampagne vorher und es fielen dann ja auch nur relativ wenige Wasserbälle auf den Rasen eine Choreo nach Spielende mit Bengalo bunten Rauch transparenten Wappen voller abgehende Kurve sozusagen ich wusste in dem Moment Boll wird der einzige Spieler sein der jemals sozusagen nach seinem Karriereende sozusagen für den eine eigene Choreo gemacht wird also wir nehmen die Choreo auch mit auf die anderen Spieler aber ich glaube der Impuls war schon Fabian Boll auch zu verabschieden wobei tatsächlich Boll auch jetzt was weiß ich jetzt was was Rücknummer behalten und so weiter angeht Boll wird auch dadurch aufgewertet dass oder wird noch wichtiger dass er eben auch sinnbildlich für eine ganze Generation von Spielern steht also die denkt denke ich dann in dem Moment auch mit seine Karriere ist eben auch ganz besonders außergewöhnlich dadurch dass er nun wirklich von den Rängen auf den Rasen von der U23 in die erste und bis ganz nach oben und so oft für zu langsam gehalten wurde und für was nicht alles und trotzdem immer noch einen drauf gesetzt hat das macht es ja so unglaublich das war ja eigentlich fast eine kontinuierliche Steigerung bis in die erste Liga rein also fast die gesamte Karriere lief ja auch aufwärts während man sich auch immer besser kennenlernte das war schon außergewöhnlich aber eben gleichzeitig auch gestützt durch die ganze restliche Generation ich wollte immer eine Sache nachgucken und habe es jetzt noch nicht getan ich habe so oft gelesen Boll ist der erste der ein Abschiedsspiel bekommen wird nach außer Stani das stimmt doch gar nicht das stimmt nicht oder zum Beispiel hatte doch auch und das Abschiedsspiel von Stani war doch eins für Stani und Tool Stani und Troller okay gut alles klar haben wir das jetzt hier geklärt mit der Tonen höher und heiß das ist nicht einfach Quatsch habe ich ganz häufig gelesen und dachte immer das stimmt nicht aber ich war immer zu voll nachzuschauen aber dass Tom Ford ein Abschiedsspiel bekommen hat bist du da sicher? nicht 100% muss ich zugeben aber da war er doch noch es war nicht nur Stani und Troller das würde mich schon sehr wundern Tom Ford war zumindest gefühlt auch sowas wie 20 Jahre im Verein also ich kann das sagen dass der nicht am Millern-Tor gespielt hat weil in den Berichten ging es immer um Abschiedsspiel am Millern-Tor und das für Egon Lechner war dann ja halt auch selber organisiert zum Beispiel die haben es ja auch nicht vom Verein gekriegt das wäre eh eine andere Diskussion aber ja auf jeden Fall Abschiedsspiel im Oktober glaube ich wird bestimmt gut besucht werden es wird auch der Tag der Legenden sicherlich wieder ausverkauft sein da soll er auch mitspielen können wir an der Stelle schon mal bewerben ich fand vor dem Spiel habe ich mich erschrocken da gab es ein Banner vor der Süd wo dann eben drauf stand nach zwölf Jahren Fußballheld jetzt nur noch Beamtengeld wir sehen uns auf der Straße und ich habe mich köstlich amüsiert gelacht und alles und musste dann im Nachhinein feststellen dass in den sozialen Medien wieder einige gesagt haben das gibt es doch nicht was erlaubt sich USP das ist ja wohl eine unfassbare Frechheit ein Schlag ins Gesicht eben jetzt so und so ne also da habe ich gedacht dann mal traut ihr denn unseren Leuten gar nichts zu dass man an so einem Tag ein wie auch immer geartetes diffamierendes Banner bringt ja das ist doch so die trauen das Ding ja nicht zu aber ich fand es waren vergleichsweise wenig ich habe beim Spieler gestanden und gedacht das wird wieder lustig laut ich fand es dann also jetzt so im Internet-Hooligan-Bereich ich fand es dann aber vergleichsweise zurückgehalten also so ein paar haben rumgerupt aber ich habe da ehrlich gesagt mehr gerechnet ein paar gibt es aber nur wirklich immer die dann halt den Ironie-Führerschein nicht gemacht haben und es entsprechend einfach überhaupt komplett nicht reilen ich glaube die werden auch damals das Ding mit irgendwie nach dem Signal bitte pfeifen mit Sicherheit überhaupt nicht als Ironie erkannt haben das ist mittlerweile was heißt halt mittlerweile ich denke mal das war wahrscheinlich schon immer so dass ein Teil der St. Pauli-Fans auch der ach so ironischen St. Pauli-Fans wirklich keine Ironie verstehen und wahrscheinlich nicht mal in der Gegengrade und wenn dann natürlich die Verbrecherkurve schlechthin ironisch wird dann können sie sich das erst recht nicht vorstellen weil die einfach schon vorher ihr Urteil gefällt haben egal was ich muss jetzt kurz mal völlig off-topic fragen war da eben ein Satzzeichen drin oder wo in deinem Wortkonstrukt nö das macht langsam ok bitte pfeifen sie bei Satzzeichen was apropos anfangen was was mich erschreckt hat und gewundert hat war das war ich war einen kurzen Moment traurig bei der ganzen Geschichte weil das war Bollers letztes Auflaufen als Mannschaftskapitän zumindest da wo ich gestanden habe in der Gegengrade habe ich das Auflaufen der Mannschaft als echt leise erlebt die kamen da rein irgendwie alle haben irgendwie geguckt bisschen applaudiert und das war's so mein idealer ideales Auflaufen da wird jeder vielleicht seine eigene Vorstellung haben wo mein ideales Auflaufen ist der Gong kommt die Gitarre kommt an die Menge schreit St. Pauli oder singt zumindest sehr laut also akustisches Inferno auf allen Tribünen und dann zusätzlich mit Konfetti und sonst was betritt die Mannschaft den Rasen wird zusätzlich noch geklatscht aber es war wirklich leiser als sonst beim Auflaufen ausgerechnet da ich habe gedacht ich spinne habe ich nicht mehr auf der Süd mit dem Hochziehen der vier Buchstaben als Trikot und der dann ja noch per Zettel symbolisierten 17 erfreut habe da kann es sein dass ich weniger laut geschrien habe weil ich davon so ergriffen war Stimmt also scheiß Süd Stimmungskiller Choreo Choreo als Stimmungskiller weil alle hingucken und gerührt sind und neugierig sind was da jetzt auftaucht das war schon überraschend aber umso umso beglückter war ich natürlich dann dass die verabschiedung dann eben doch sehr emotional ausfiel 10 Minuten zu früh ausgewechselt wenn ich dir nochmal meckern darf Herr Vrabetz ich fand das total viel zu früh der hätte durchspielen müssen der hat auch noch eine Hütte gemacht erstens das also wirklich jede Minute Ball ist eine Minute Torgefahr das ist einfach Naturgesetz und außerdem finde ich das war eine Zeit wo du normalerweise halt taktisch wechselst wenn ich also symbolisch wechsle wenn es eine Giste sein soll wechsle ich eben deutlich später damit alle Leute sehen das ist jetzt wirklich nur damit er seinen Schluss abläuft dann wechselst eine Minute vor Spielende und das fand ich schade dass er seine Chance jetzt nochmal die Geste genau richtig zu setzen halt ein kleines bisschen schief gesetzt hat also muss ich muss ich gegenrede starten ähm über was wir streiten muss ich starten streitkultur auf hohem Niveau ja das ist jetzt seit Maggie uns dafür gelobt hat achten wir natürlich auch darauf dass wir uns nicht so ankarten wie sonst und man eigentlich einfach sagt ey Stuss alter du mir einfach den Saft runterdrehst oder so weil das wissen die Zuhörer ja nicht ich sag die ganze Zeit super tolle Sachen hier die werden nur nicht gesendet weil Wolf das natürlich immer runterzieht oder Lacher vom Band einspülen oder sowas bin ich jetzt langsam wieder drauf ich fand das im Übrigen super Punkt die 70. Minute jetzt oder die noch und siebzigste was war das ey 75. 75. Trotzdem die 75. sind 14 Minuten zu früh eigentlich also dadurch dass wir jetzt über das 0 zu 3 ich lasse auch über 10 Minuten mit mir reden aber 75. Minute du guckst halt die ganze Zeit auf die Uhr und nicht auf den Platz ich guck ja wenn Ball spielt guck ich natürlich dann dahin aber auf die Uhr hab ich in dem Moment gespielt als er vom Rase geguckt als er vom Rase ging aber Mike wollte auch noch was sagen dadurch dass wir über das 0 zu 3 gegen Aalen hinweggegangen sind haben wir die ganze Ball-Wrabetz-Nummer aus dem Spiel total vergessen wo er ja nicht im Kader stand was ja ein großer Skandal war und da ja viele danach aus meiner Sicht dann zu Recht schon Wrabetz ein bisschen argwünisch beäugt haben ich hoffe einfach er hat aus der Nummer gelernt so also alles nachzulesen im Übersteigerblock natürlich meine Frau sagte nach dem Spiel zu mir der hätte den nicht auswechseln dürfen also im Sinne von gar nicht da hab ich gesagt ne korrekt du musst ihn doch auswechseln ja letzte Minute das ist schon was anderes also gar nicht auswechseln und letzte Minute auswechseln sind ja zwei verschiedene Sachen trotzdem bin ich eher für gar nicht auswechseln als für in der 74. oder so auswechseln du kannst auch das Auswechsel-Kontingent ausschöpfen und wenn man dann sagt Fabian Boll jetzt letzte Minute also du musst ja da muss ja nicht mal ein neuer Spieler für kommen also wenn du ja ist doch scheißegal dann kannst du sozusagen so eine inoffizielle hier einmal ja aber das macht der Schiedsrichter ja nicht mit weil er nicht weiß was da erst passiert aber und das fand ich im Übrigen großartig der Schiedsrichter hat es ja mitgemacht weil Boll hat irgendwie ich glaube 5 Minuten gebraucht weil er sich bei jedem persönlich verabschiedet hat der Schiri war da schon irgendwie mit im Boot hatte ich den Eindruck und das fand ich wieder extrem angemessen sich da auch die Zeit zu nehmen und eben nicht Auswechslung und dann stellt sich für mich wieder die Frage war das nicht vielleicht auch mit Trainer und scheidendem Kapitän so verabredet also da würde ich jetzt nicht zu viel hineingeheimnis und dann führst du womöglich in der 89. Minute mit 3 zu 2 und Aue will unbedingt noch ein Tor machen weil es ja um 34 Millionen Fernsehgelder geht und dann wechselst du 8 Minuten lang aus das geht natürlich nicht wieso gerade dann hättest du auch noch zusätzlich psychologische Kriegsführung betrieben wir haben noch nicht das Auer Publikum gelobt fällt mir gerade zwischendurch ein da tun sich einige mit schwer ja ja da gibt es natürlich dann sicherlich wieder Arschgeigen und so weiter ich finde es schon mal schön dass dass man als Auswärtsblock so einen Moment grundsätzlich offenbar mehrheitlich würdigen kann also es ist schlimm dass man das gut finden muss weil es nicht selbstverständlich ist ja richtig das stimmt und dann gibt es dann sicherlich in der in der Detailanalyse des Fanblogs erschreckende Dinge die ich zum Glück jetzt auch nicht so genau weiß trotzdem würde ich mal davon ausgehen dass das dass die Proportion an erschreckenden Gestalten zumindest dem Handeln nach etwas günstiger ausfällt also weniger als bei anderen ja ich glaube die negativen Dinge beziehen sich vor allem auf Spiele in Auer das den Gästeblock hier habe ich auch meistens sehr eingenehm empfunden aber man könnte sich auch darauf einigen dass die sich so verhalten haben wie es eigentlich alle tun sollen in der Situation ja aber eben wirklich die wenigsten tun würden oder getan haben weiß ich nicht ich erinnere mich noch an Wartenscheid Sandhausen ging das doch komplett am Arsch vorbei als wir als wir als wir waren es vielleicht beeindruckend aber da hat jetzt keiner einen Schal hochgehalten als wir Fabio Morena besungen haben oder das war so ein bisschen bizarr für die glaube ich eher war das Sandhausen wobei Sandhausen war natürlich da stand dann 20 Leute oder so ich habe dann auch mehr auf Fabio geachtet aber habt ihr eigentlich vorhin Thomas Mögle gefragt ob er gerne den Co-Trainer Boll möchte so das war mir nicht ganz klar das Problem war ja auch dass das ganze vertraglich ja noch in den trockenen Tüchern ist sodass Maggie dann ja auch diplomatisch antworten musste weil die Rolle von Boll wohl doch noch nicht ganz so genau geplant oder genau vertraglich festgezwurt zu sein scheint wie das zwischenzeitlich schien habt ihr das auch so empfunden weil so habe ich das jetzt verstanden so im Sinne von nicht meinte die Entscheidung treffen natürlich andere und da muss er sich natürlich vielleicht ist es ja auch so dass du als als Trainer oder Co-Trainer sozusagen im sportlich verantwortlichen Bereich doch ein anderes Arbeitspensum hast als als Profi wo du dann ein zweimal trainierst oder vielleicht sogar frei kriegst also vielleicht ist es ja sogar mit dem Job viel schwieriger vereinbar Trainer und noch einen Job nachzugehen als Profifußballer Co-Bei der U23 werden das stand in den Medien oder das war irgendwie okay ich hatte irgendwas von dem Trainer gehört durch ist es nicht aber es ist eine von vielen Nationen da können wir jetzt glaube ich nur spekulieren das können wir auch lassen genau aber ich würde gerne wissen habt ihr das Relegationsspiel HSV geguckt? einfach nur wo wo und wie? zu Hause zu Hause alle zu Hause? ne bei den Schwiegereltern Familien Familienfußballkur wie kommst du jetzt da rauf oder oder warum? ne einfach nur weil irgendwie war das noch so ein sportliches also so ein zuletzt wahrgenommenes sportliches Ereignis so und sportlich? ne habe ich ignoriert aber was ich total begeistert wahrgenommen war die Relegation dritte zweite Liga scheiße das habe ich dummerweise nicht gesehen ich habe gedacht so viel Relegation geguckt und irgendwelche Spiele geguckt so irgendwie und das jetzt das ist eh gegessen und das muss ich jetzt sagen ist eines der Dinge warum ich die Relegation so geil finde dieses Spiel war der Knaller also Entschuldigung für alle die die es nicht gesehen haben ich wiederhole das gerne Darmstadt in Bielefeld 3-1 das die Heimspiel-Niederlage gedreht in Bielefeld dann 3-1 gewonnen während des Spiels den unfassbar klaren Handelfmeter nicht bekommen der dann das 4-2 gewesen wäre und dann machst du in der 121. Minute einen so dermaßen geilen Wolle-Schuss aus 20 Metern rein und auch noch vor der eigenen Gästekurve dann dass der Spieler eigentlich auf dem Platz wahlweise im oder explodieren hätte müssen und unfassbar und dann dann hast du die 124. Minute also es gab 4 Minuten oder 3 Minuten Nachspielzeit aber er hat 4 Minuten nachspielen lassen in der Verlängerung und dann kommt eine Ecke für Bielefeld ich glaube es oder ein Freistoß es war sogar der Torwart von Bielefeld der den Ball Richtung Tor köpft der Ball holpert gegen den Pfosten der Darmstädter Torwart liegt auf dem Boden kann da nicht ran der Ball holpert vom Innenpfosten wieder schräg zurück vor die Mitte des Tores 4 Minuten vor dem Tor dort kommt der Bielefelder Stürmer zum Schuss und schießt dem Darmstädter der 2 Meter vor dem Tor steht die Kniescheibe weg und danach ist das Spiel zu Ende boah war das geil so eine Relegation will ich auch spielen und ich muss sagen ich saß zu Hause und hab noch gesagt da hat Mike recht das Spiel kannst du nach 20 Jahren mitten in der Nacht noch rezitieren wenn du dabei gewesen bist das stimmt ich will es trotzdem nicht aber so Erlebnisse sind großartig jetzt die Relegation an sich du bist Relegationsgegner vom sportlichen Prinzip her finde ich das doof die letzten drei steigen ab Punkt ich will drei Aufsteiger so haben die uns habe ich gestern gerade nachgelesen vier von sechs oder so Erstligisten haben die Klasse gehalten also hast du nur 1 zu 3 Quote ungefähr als Zweitligist also haben wir jetzt noch einen Drittel Aufstiegsplatz vorher hatten wir einen Interessant also wir haben hier tatsächlich bei jeder Kontroverse und wir hatten ja nun erbarmungslose Kontroversen heute Abend etwas andere Konstellation in diesem Falle ist diese Seite des Tisches Relegation pro Relegation würde ich mal sagen weil es ist Geldmacherei es ist vielleicht auch Schwachsinn und meistens gewinnen die Erstligisten aber so viele klare Entscheidungssituationen gibt es ja heute gar nicht mehr seit UEFA Cup und der ganze Kram das wurde ja alles in Ligen und endlose Arien verwandelt und das nochmal richtig zack zack kommt drauf an das Einzige was man ganz ganz dringend ändern muss und das ist wirklich vereinsunabhängig gemeint ist diese bescheuerte Auswärts-Tour-Regelung das macht die Dramaturgie total kaputt ist auch zunehmend nicht mehr erklärbar weil Heim-versus-Auswärts-Statistiken sich eh immer mehr angleichen also es gibt nicht mehr so richtig einen Heim-Vorteil ja war völliger Unsinn zumal gerade wenn du nur zwei diese zwei Spiele hast nach der langen Liga vorher und was weiß ich noch hat man ja bei den Viertern auch gemerkt die traten zu Hause ja völlig anders an dadurch dass sie jetzt auf einmal mit dieser Chance befrachtete auftraten es im Ernst zu schaffen und deswegen hatten die ja so ein bisschen Blei in den Beinen und waren ja lange nicht so gut wie beim ersten Spiel wo sie locker dachten mal ein bisschen gucken schaffen wir vielleicht nicht aber was solls naja also wir sind dafür ihr seid dagegen dann klären wir das wie immer vor der Tür ja gut 3, 2, 1 bam wir haben natürlich recht natürlich ist das ein schöner Abschluss ich weiß nicht müssen wir noch Wolf und das muss man wirklich mal sagen Wolf sieht müde aus ich bin müde wir haben dich müde gequatscht wir drei hier haben Wolf Schmidt müde gequatscht nein mach mir jetzt hier nicht den nein ich möchte diesen Triumph möchte ich haben alles was nach dem was ich gesagt habe von dir gesagt wurde das stimmt ja das weiß ich auch aber ich finde die Vorstellung dich müde gequatscht zu haben irgendwie du machst dir deine Welt wie sie dir gefällt ja dich müde zu quatschen ist ja nichts du bekamst ja schon hier völlig müde rein da war ja schon keine Fahrt da war ja so sollen wir das vor der Tür klären könnt ihr gleichs machen du hast dich müde getwittert ich weiß ja nicht genau wie viel du da so reingeschrieben hast während der Sendung Kontenance hier zwei Themen noch dann können wir hier Feierabend machen zum einen wir haben vor der Saison Torschützen getippt und Chapeau Verneigung alle Ehre dieser Welt an Wolf du hast gesagt es wird Finn Bartels der die meisten Treffer für uns erzielen wird Lennart T ist auch in Erscheinung getreten gerade in jüngerer Zeit aber anders ich habe also nicht recht verhalten Michael Grosch hat glaube ich auch nur zweimal getroffen und das auch eher zufällig und wird es ne einmal nur einmal einmal in Aue dieses wo er genau richtig stand weil Nöte irgendwie von außen ja stimmt Bartels Bartels ich weiß wirklich nicht mehr was du gesagt hast habe ich Nöte gesagt oder sowas wie Nöte aber eigentlich Boll ja du hast gesagt eigentlich ist er immer Boll aber diesmal nicht und dann war es glaube ich Nöte ja egal beides war falsch ganz hervorragend ich weiß nicht was Wilko gesagt hat aber das war im Zweifel eh falsch aber das mit dem Tabellenplatz könnte ich richtig gehabt haben wenn das nicht vor der Saison musst du nachhören einfach die erste Folge ich habe ein bisschen Schiss aber im Augenblick habe ich das Gefühl dass ich Acht gesagt habe wenn ich das nachhöre egal nächstes Mal schreiben wir das gleich mit in den Text der Folge dann können wir das besser nachhören in der Psychologie nennt man das positive attributionaler Fehler das ist sehr interessant also dass man irgendwann möchte man das auch haben ist gut für die Psyche als man davon ausgeht dass man selber weniger Scheiße redet als die anderen und so weiter und so fort habt ihr alle auch ja nur wir reden ja auch weniger Scheiße wir reden ja auch weniger siehst du genau das meine ich ja apropos Scheiße DFB ähm es gab nach der Saison dieses wunderbare Länderspiel Deutschland gegen Polen in dem anderen Stadion welches ja geschont werden musste rasentechnisch und deswegen begab es sich dass die Nationalmannschaft ihr Training an das Millern Tor verlegt hat und weil man beim DFB so gut denken kann hat man gesagt wir neutralisieren alle Werbebanden und jemand der sich im Denken besonders hervortut hat dann entschlossen ich neutralisiere auch noch die Faschisten grundsätzlich eine super Idee hat er ein bisschen unglücklich angepackt nämlich er hat dann einfach den Schriftzug den Faschisten neutralisiert was natürlich nur bedingt zielführend ist und dadurch entstand der neue Spruch kein Fußball kein Fußball inzwischen einer der beliebtesten Hashtags auf Twitter ähm ist entspannt sich auch dank Ralf Gunes muss man ja so sagen auch dank Ralf Gunes der hat dann mit als erster verwendet halt glaube ich so dann oder ja also vor allem hat also überhaupt erst mal der Fanclub Sprecherrat das Ganze also ich glaube eine Einzelperson aus den Fanräumen heraus hat das Foto gemacht also nicht aus den Fanräumen heraus aber zum Fanräumenumfeld wenn ich das richtig verstanden habe ähm hat das dann mal auf diversen Kanälen verbreitet und der Fanclub Sprecherrat war dann derjenige der auf Facebook die große Welle losgetreten hat und das nahm dann ja sehr schnell seinen Lauf und äh da kam dann ein Aufschrei der nicht nur aus St. Pauli aber natürlich aus St. Pauli auch besonders laut äh kam und der DFB hat richtig gefangen also ich glaube äh das im Nachhinein ich wollte immer noch nachgucken ich hab's nicht getan aber ich bin mir immer noch relativ sicher der DFB hat sich noch nie bei irgendeinem Verein entschuldigt für irgendwas ja das glaube ich auch und alleine diese Pressemitteilung des FC St. Pauli dass sich Wolfgang Niesbach beim FC St. Pauli entschuldigt hat für diese Tat müsste man nochmal ausdrucken einrahmen und irgendwie in der Otto-Flex-Schneise draußen an die Wand nageln also finde ich das toll so ein schönes Gefühl und ich glaube du hast es bei Twitter auch irgendwann mal geschrieben sinngemäß eigentlich hätte diesem Spruch nichts Besseres passieren können weil plötzlich war er präsent ja so genau so ist es ja vor allen Dingen hat es ich klinge jetzt erstmal komisch aber es hat den Spruch politisiert also es hat dem eine neue Schärfe gegeben vorher äh hab ich mich durchaus auch manchmal mit Leuten unterhalten die dann gesagt haben naja gut da steht da kein Fußball den Faschisten aber im Ernst das ist das ist alt so also ihr braucht was 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 provoziert das ist doch längst Konsens warum schreibt ihr sowas dahin und ich hab gesagt nee ich find das super dass es da gemalt ist dass es nix ist was man abhängt das hat mich übrigens ein bisschen gestört dass es immer als Banner bezeichnet wurde ich finde es gut und wichtig und noch eine Stufe besser dass es gemalt ist in einem Stadion keine Videobotschaft die man mal eben ändert das ist da so das steht da so und es provoziert dann ja doch noch sehr viel mehr als dann eben manche Leute angenommen haben es provoziert ja unter anderem auch die Propagandaabteilung des mächtigsten Fußballverbandes Europas und wer auch immer der Vogel war der diese Entscheidung getroffen hat hat sicherlich immer noch nicht verstanden warum das falsch war weil sonst hätte er die Entscheidung nicht getroffen wenn er irgendwas da oben hätte aber der Spruch wurde nochmal so als scharfes politisches Statement nach vorne gebracht und viel viel mehr verbreitet in viel mehr Bewusstseine auch gerückt als das vorher über der Fall vorher war es Deko auf einmal ist es wieder ein Statement zumal irgendwie ich weiß nicht ich glaube die Bayern-Fans hatten keinen Fußball den Faschisten mit im Pokalfinale als Banner wo habe ich es noch gesehen und vor allem was ich dann mal ergänzen möchte bei den Bayern die haben das sogar so großartig gemacht dass sie das hingeschrieben haben auf einem Banner und dass den Faschisten auch mit einer grünen Tapete vorher verhangen haben das habe ich erst später gesehen das war mir am Anfang gar nicht so klar ich habe nur gedacht die hätten das Banner hochgehalten die haben also auch den Faschisten grün abgedeckt und dann irgendwann enthüllt kannst du das in dem Posting zu dem Beitrag noch mal verlinken wenn ich es finde übrigens wollte ich noch mal kurz klarstellen mit von vorher war es Deko in der Wahrnehmung von manchen Leuten wollte ich noch mal ganz kurz präzisieren ich habe das nicht als Deko empfunden sondern als Deko aber du wolltest noch was sagen Sebastian wollte ich nicht nur die Bayern sondern auch ich habe es noch irgendwo anders gesehen ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht mehr wo aber ich habe nach dieser DFB-Aktion tatsächlich eine Reihe von Sachen mitgekriegt wo das dann plötzlich thematisiert wurde auch von außerhalb des St. Pauli-Kosmos was natürlich immer schön ist wenn sowas dann Wellen auch schlägt die irgendwie Leute erreicht die es nicht sowieso schon vor der Fresse haben und ne coole Sache eigentlich Spannend wird es wenn sie noch mal trainieren wird sich jemand finden der dann kein Fußball abdeckt sodass der DFB endlich genau das Statement hat was sie sich immer schon gewünscht die Erklärung fand ich ja krass sozusagen dass sie keine Fotos haben wollten wo Nationalspieler mit dem Schriftzug Faschisten hinter auftaucht wobei dann der Pressevogel auch seine grenzenlose Sprachkompetenz gezeigt hat indem er kein Fußball den Faschisten vier Worte nicht mal das konnte er richtig zitieren nicht mal das also ganz ernsthaft was ist das für ein Presseheini ne aber die Entscheidung habe ich insofern verstanden das wird nicht der Presseheini gewesen sein die ganze Welt regt sich über dich auf du musst ein super wichtiges Twitter Statement schreiben du kriegst es nicht gebacken das Statement richtig zu zitieren der Mann hat ja geschrieben wir möchten doch nicht dass unsere Nationalspieler vor dem Schriftzug für Faschisten gefilmt werden also nicht so ungut aber das für und das den drei Buchstaben die machen aber schon mal einen ziemlichen Unterschied auch wenn es bedeutungsähnlich ist trotzdem wünsche ich mir einfach von einem Presseheini dass er in dem Moment merkt ach du scheiße die Kacke ist am Dampfen ich bin hier jetzt mal als Profi gefragt und als was entblößt er sich als kompletter unpräzise denkender schlecht arbeitender voll nussiger okay aber ich meine ich finde das ich finde das ein bisschen schade ganz kurz dass du dich da sozusagen wie heißt der Typ Jens Grittner das war der Mann der da in der Pressemitteilung ja wofür kriegt der Typ Geld nein aber bitte jetzt es ist ein bisschen komisch dass wir jetzt quasi den DFB in Schutz nehmen gehen wir nicht auf das Formelle ein gehen wir nur auf die Idee ein da steht also der Zusammenhang ein Nationalspieler oder eine Gruppe und im Hintergrund sieht man den Schriftzug Faschisten das es nicht gewünscht ist so wie viele Kamerateams waren in deinem Stadion ja ist ja wurscht ich meine doch Christoph Christoph die Entscheidung ist nachvollziehbar ich möchte ganz kurz eine Frage stellen ich möchte ganz kurz eine Frage stellen die Frage die Frage ist die Frage die ich mir gestellt habe ist wenn da jetzt für so einen Fall und wir nehmen diese Überlegung ernst dass man dieses Faschistenwort nicht isoliert haben will sondern in einem Zusammenhang könntest du dir vorstellen du hast einen Banner wo jeder wo kein Fußball den Faschisten jeden Meter steht das als wiederholter Schriftzug wie so eine wie so eine Musterwiederholung so wäre das genehmigt worden wäre das okay gewesen oder wäre das nicht okay gewesen ja gute Frage das ist genau die und was jetzt die Pressearbeit angeht da der DFB sich ja eben gerne immer mit so Symbolaktionen die überhaupt nichts bedeuten wie wir alle wissen dieser ganze Antirassismusquatsch den die da irgendwie nach außen raustun wenn im Stadion rassistisch gebrüllt wird wenn im Stadion antisemitisch gebrüllt wird oder homophob in Rostock zum Beispiel ist das dem DFB bekanntlich scheißegal wer wurde damals angegangen der FC St. Pauli weil seine Fans angeblich Rostocker Spiele als Nazi tituliert haben habe ich mir sehr stark gemerkt so arbeitet dieser Verband also das heißt eigentlich haben sie sich selber schon vorher entlarvt jetzt haben sie sich mit der kein Fußball den Faschisten Aktion nochmal sehr öffentlich nackig gemacht gut wenn ich das als Problem erkenne wenn ich also es gibt ja auch gute Leute beim DFB ich werde nicht den ganzen Verband da jetzt in Grund und Boden drehen ich finde es nur schade dass man auch diese Chance nicht genutzt hat weil wenn du die Gefahr siehst scheiße könnte unter Umständen unglückliche Fotos geben dann machst du das ganz einfach so du stellst die ganze Mannschaft so hin dass man den ganzen Schriftzug im Hintergrund zieht und postest das auf allen Kanälen dann gibt es keine Spiele so klein das ist da aber zu zu konzeptionell das ist doch garantiert anders gelaufen da sind 20 Leute die das Stadion neutralisieren die rennen rum haben die Vorgabe mach alles weg was Werbung ist mach alles weg was politisch ist dann sieht da einer von diesen 20 Leuten die keine Entscheidungskompetenz haben die wahrscheinlich sogar nur irgendwie stundenweise oder keine Ahnung sieht da den Faschisten und denkt das ist ein politisches Statement das muss weg so ich glaube nicht dass diese Presseabteilung da vorher involviert war der kriegt irgendwann die Mitteilung wir haben da ein Problem in Hamburg haben wir irgendwie weil es politisch den Faschisten abgehängt und jetzt schreien alle in diesem Internet rum mach was dass der dann für und nicht den sagt ist formal Quatsch das ganze Statement wirkt für mich aber so als hätten die sich hinterher was überlegt woran es liegen könnte die ganze politische Schiene alle Statements und so weiter sind in diesem Verband offenbar reine Petersilie ansonsten gäbe es nämlich für solche Fälle wie hier ganz klare Kommunikationsstrukturen aber solche Fälle gibt es ja nie ansonsten würde bei DFB nicht entscheidern die Lampe im Kopf aufleuchten die sagen oh verdammt wir hatten doch da mal was wenn es jetzt in Richtung Antirassismus geht Antifaschismus und so weiter sollten wir uns doch lieber im Sinne unseres Verbandes verhalten also bloß nichts falsch machen ich rufe jetzt lieber mal meinen Chef an zumindest das ich glaube da erwartest du von denen die an den Stellen sitzen zu viel ja erwarte ich das ist der mächtigste Fußballverband Europas von dem erwarte ich die beste Pressearbeit ich glaube tatsächlich dass ganz viel damit zu tun hatte dass der HSV zu dusselig war direkt abzusteigen weil die Anfrage an unseren Verein kam erst am Samstag nachdem der HSV nicht abgestiegen war sondern in die Relegation musste und das war ja der Grund warum der DFB überhaupt hierher musste und das heißt du hast von Samstagnachmittag bis Montag Zeit gehabt das Ding hier irgendwie zu neutralisieren und da ist einfach über viele Sachen nicht nachgedacht worden das letzte Mal als der DFB hier zu Gast war gab es diesen Schriftzug noch nicht und dementsprechend ist da einfach ganz viel dumm gelaufen und ich bin total bei Sebastian wenn er sagt die haben sich im Nachhinein eine Begründung zurechtschnitzen müssen und dieses ah da könnte man Götze als Faschist fotografieren das ist denen dann als erstes eingefallen deswegen hat er das so formuliert ich glaube nicht dass derjenige der es tatsächlich verdeckt hat solch komplexe Gedankengänge hatte der hat einfach nur gedacht ich muss hier neutralisieren mache ich jetzt gut aber du siehst trotzdem wie strukturell doof dieser Verband ist ja das ist eine andere Sache ja aber das nö finde ich nicht weil das ist einer der wesentlichen Punkte die ganze Zeit ja nur du willst du willst doch gerade dass Entscheider jeder Subentscheidung immer direkt treffen wie viele Leute willst du hauptamtlich damit befassen dass Stadien neutralisiert werden wenn da irgendwelche Arbeitsbienchen rumrennen und in Anführungsstrichen aus Verbandssicht totalen Kleinscheiß erledigen das Stadion neutralisieren wo hast du denn sonst das Problem dass die überhaupt so einen Spruch als festes Material in einem Stadion abdenken müssten das ist eine Entscheidung die treffen die nie die treffen die Entscheidung ob sie Astra oder Jeva abdenken müssen und dann hast du irgendwie zwischendurch den Ausspruch das Wort Faschisten und Faschisten ist ja was politisches also müssen wir es abklären gut aber trotzdem du erwartest da Akademikerentscheidungen von irgendwelchen Leuten die möglicherweise noch zur Schule gehen ich übertreibe jetzt aber dann muss der DFB sich aber wirklich entscheiden wenn du dich mit sensiblen Fragen befassen willst brauchst du eine gewisse strukturelle Intelligenz strukturelle Intelligenz würde ich unter anderem daran festmachen wie gehe ich mit ungewöhnlichen Situationen an kann um kann die Organisation darauf reagieren kann sie offenbar nicht die machen aber fröhlich irgendwelche Kampagnen ab und zu Banner rumtragen wenn es mal wieder angezeigt ist aber eigentlich scheinen sie gar nicht gerüstet zu sein mit wichtigen politischen Fragen umzugehen möchten sie irgendwie schon gern aber nur wenn es für Sonntagsregen taugt ja aber das ist doch logisch aber ich meine wovon träumst du also das ist ganz nüchtern analysiert sozusagen und gesagt und mich wundert dein Erstaunen darüber nein wieso mein Erstaunen darüber ich bin sauer darüber das ist was ganz anderes als Erstaunen mich wundert das vom DFB kein bisschen und ist das nicht ganz furchtbar dass wir hier alle zusammensitzen wir sprechen über einen Verein der wirklich sehr gut aufgestellt sein sollte und dass keiner sich darüber ärgert überhaupt noch darüber ärgert dass der DFB permanent so einen Scheiß zusammenbaut ist irgendwie schon doch ziemlich traurig das ist einfach ein Anspruch den ich an keine größere Institutionen hätte das ist halte ich für unrealistisch du hast da Arbeitsbienchen die nicht mitdenken aber das ist so ähnlich das ist so ähnlich wie wenn du vom Deutschen Turnerbund erwartest dass er sozusagen in Genderfragen irgendwie eine moderne Rolle entwickelt sozusagen das ist schon mal auch nicht schlecht warum nicht super das sind tolle Ideen ich kann den bloß nicht gut beurteilen ich weiß nicht inwiefern sich der Turnerbund eben auch damit schmücken möchte sich damit zu befassen ich würde zum Beispiel dann als auch ehrlicher finden wenn der DFB sich konsequent überhaupt gar nicht äußert zu irgendwelchen Antidiskriminierungsfragen weil er dafür zu bescheuert ist also unglaubwürdig meint so ja ich finde das komplett unglaubwürdig und dann wäre es eigentlich glaubwürdiger wenn die einmal sagen wisst ihr was wir sind hier einfach eine ziemlich altbacksche Ansammlung von Stammtisch-OPs auch die 20-Jährigen und deswegen lassen wir es das würden wir aber auch nicht sagen dazu könnte ich eine schöne Steilvorlage liefern weil nämlich die Sepp Herberger Stiftung beziehungsweise die Freunde der Nationalmannschaft hatten am Montag ihr Jahrestreffen und da der Blindenfußball ein Teil ist der auch über die Sepp Herberger Stiftung sozusagen mit veranstaltet wird also die Blindenfußball-Bundesliga waren wir eingeladen um mit einem unserer Jugendspieler die letztes Jahr ausgezeichnet wurden dort anwesend zu sein und sozusagen erlebbar zu machen was die Arbeit der Sepp Herberger Stiftung ist und dieses ganze diese ganze Veranstaltung fand statt in vier Jahreszeiten im Herlin so das ist ein Top-Restaurant so irgendwie das werde ich niemals wieder von innen sehen weil einfach zu teuer und Jonathan und ich und sein Vater Rolf waren da und haben dann sozusagen in launiger Runde irgendwie auf so einem kleinen Podium in weißen Sesseln gesessen und haben dann so über den Blindenfußball und erzählt wie toll das ist und alles und ich hatte vorher ein anderthalbstündiges Telefonat auch mit einem der für den Blindenfußball bei der Sepp Herberger Stiftung zuständig ist und habe so meine Bedenken geäußert so auch in Menschentiere Sensationen und irgendwie also das ist ein Marketingkonzept für den DFB zu zeigen wie toll integrativ der Fußball ist und ob das denn wirklich auch darum geht die Sportart zu fördern oder ob es dann nur darum geht darzustellen was alles durch Fußball leistbar ist und so weiter und so fort also gibt es komplexe Geschichten und das war halt krass auch was da wie so ein Ambiente dann da ist was für Leute da sind da war dann der bayerische Fußballpräsident Vizepräsident von Schleswig-Holstein Vizepräsident des Hamburger Fußballverbandes nette Leute es war auf alle Fälle nicht irgendwie jetzt eine emanzipatorische Gruppe die sich so in so einem Bootcamp zusammenfindet um irgendwie sich selbstkritisch zu hinterfragen sondern das waren gestandene Leute die viel Geld haben und für Randgruppen in der Gesellschaft gerne Gutes tun toll wir sind in dem Fall die Randgruppe gewesen für mich war es sehr merkwürdig weil da gab es dann die Idee sogar dass Rasselbälle versteigert werden von einem sehr netten Westfalen der dann kam Mensch ihr seid klasse super und so und der hat dann gesagt komm versteigert doch diese Bälle diese zwei Rasselbälle und so wirst du dann zu so einem ja also es war eine Perspektive die vielleicht mit dem DFB so ein bisschen vereinbar ist weil diese Freunde der Nationalmannschaft halt sozusagen wirklich auch ein Förderverein sind die Geld in diese Seppherberger Stiftung reintun und da sind und Wohltäter sind und ich glaube das ist beim DFB so ein bisschen die Sache dass das in dieser ganzen Verbandstruktur so zugespitzt ist dass es da eben keine wirklichen demokratischen Umwälzungen gibt oder sowas oder dass es da wirklich Auseinandersetzungen Reflektionen gibt sondern das ist ein Verband der größte Sportverband der Welt und der ist träge der ist nicht modern das krasse ist sogar jetzt gibt es die Gegenrede noch mittlerweile beschäftigt sich der DFB mit anderen Fußballstrukturen also dass das Ligasport mit Gleichaltrigen im Kinderjugendbereich oder Herrenfußballbereich oder Frauenfußballbereich sozusagen dass es da auch andere Modelle geben könnte da fängt der DFB jetzt mit an wie jetzt andere Modelle ich habe mal ein Erlebnis gehabt zur Frauenfußball WM wo ich auf so einem Podium eingeladen war wo so eine brasilianische Profifußballerin eine amerikanische war und noch eine feministische Theoretikerin aus Berlin auch eine Spielerin und diese Brasilianerin die Profi war bei Santos die hat dann gefragt so das war beim SC Sternschanze oben im Saal hatte die Heinrich-Böll-Stiftung glaube ich also Umdenken das Umdenken von der Heinrich-Böll-Stiftung ich glaube ja die hatten das veranstaltet und dann wollte diese brasilianische Profifußballerin die hat gesucht die hat gefragt ey wo kann ich kicken wo kann ich Fußball spielen und so ich ach du Scheiße da kommt jetzt hier so eine Profitante ja HSV hat irgendwie eine Bundesliga-Mannschaft ich weiß die haben auch eine Zweitliga-Mannschaft ja da könnte es vielleicht gehen Sternschanze Frauen St. Pauli Frauen nee die sind alle nicht gut genug für dich so und im Endeffekt stellte sich raus die hat sozusagen arbeitet in Brasilien in so einem Projekt wo die halt einfach kicken die kicken mit jungen Alt-Männer-Frauen gemischt und die hatte einfach Bock Fußball zu spielen zu kicken und ich habe gedacht Scheiße wieso habe ich hier meine 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 Trainerscheuklappen auf und denke so ich muss der jetzt sozusagen für ihr Niveau eine Trainingsgruppe bilden weil die hat Bock auf ihrem Niveau jetzt irgendwo ihren Sport zu treiben so die hatte einfach nur Bock Fußball zu spielen so und da ist der DFB noch meilenweit von entfernt sozusagen äh ja bunte Ligen irgendwie waren Spaß am Spiel Spaß am Spiel und in welchen Formen gibt es das und das macht der DFB ja modern also es geht ja dann durchaus auch weiter aber das ist dann auch immer so konzeptuell dass du quasi dir vorstellen kannst dass es irgendwann äh es gibt so im Sportbereich so äh Bausteine wo du unebenes Gelände nachbaust das ist total super für die Koordination kannst beim Sportkatalog Sportteame kannst du dann kaufen so Platten oder dass du wieder anfängst so den selbstgemachten Ball da hast du so eine Strumpf bisschen Kordel vielleicht eine alte Blechdose und daraus kannst du dann sagen so wir bauen uns jetzt mal wieder einen Ball wie früher also so würde der DFB das dann machen also altbacken sozusagen die 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 organischen lebendigen Strukturen so nacharbeiten so ohne da wirklich ein Bestandteil von zu sein so das ist glaube ich der glaube ergänzend dazu Fußball ist deren Thema und selbst da hinken die teilweise hinterher und neue Konzepte in so einem Liga Struktur bla unterbringen ist total komplex Antifaschismus ist für die im besten Fall ein Statement das sie unterschreiben und unterstützen aber nichts wo wo da jetzt irgendwie großartig Brainpower investiert wird glaube ich im normalen Alltag und von daher wobei du die ja nicht mal brauchst das ist ja eben das Traurige an der Geschichte dass du da relativ einfach sehr konsequent sein kannst weil das eben du gehst du gehst von unserem Kosmos hier ausgelöst auf guck dir an wer hier im Stadion steht guck dir die Diskussion an als rauskam dass da kein Fußball den Faschisten stehen wird oder als es dann raufgemalt wurde wo zumindest im Forum dann auch Hupen waren die irgendwie so kann da nicht was stehen was die Mannschaft anfeuert was irgendwie relevant ist also so aber das waren wirklich verschwinden wenige ich fand es nicht so wenig optische Anfeuerung hatten wir damals ja auch schon sehr erfolgreich mit den SMS Botschaften da steht ja auch keiner davor ne aber weißt du wenn du in unserem Mikrokosmos wo dieses Thema die ganze Zeit präsent ist so viele Nasen hast die sich entweder nicht dafür interessieren oder nicht in der Lage sind sich damit auseinanderzusetzen dann finde ich ist zumindest nicht überraschend dass und das ist jetzt kein Freispruch aber dass in so einer Struktur wie dem DFB wo dann irgendwelche Leute hier das Stadion neutralisieren in fünf Stunden die das immer mal machen oder so dass da sowas passiert finde ich nicht überraschend dazu steht in zu wenigen Stadien in Deutschland kein Fußball den Faschisten an der Mauer ja das steht nur in einem und insofern muss man auch eine schöne Pointe aus dem ganzen Tag von auch nicht ganz übersehen dass die Rollrasen Verleger Versager aus Stellingen mal wieder letzten Endes über eine Rasenfrage es geschafft haben dem FC St. Pauli einen massiven Propagandagewinn zu verschaffen war nicht beabsichtigt war aber so stark wenn beim HSV der Rasen nicht nicht läuft und dann passiert kurz darauf was tolles auf St. Pauli kann man fast schon eine historische Konstante draus machen nur das letzte Mal dass es so war bekanntlich wurde zwar ein Stelldingen gewonnen aber man hat sich hier ja auch sehr sehr darüber gefreut ja also ich bin da ganz bei Sebastian ich unterstelle denen da keine Absicht ich glaube da hat einfach jemand nicht nachgedacht und dumm gehandelt macht es null besser ist total bescheuert und im Nachhinein kann man sich einfach nur beim DFB bedanken für diese dumme Aktion weil er hat halt unheimlich viel Publicity verschafft ich bin mir aber umgekehrt auch sicher so ein Ding passiert denen nicht nochmal da bin ich gespannt da bin ich echt gespannt weil ich frage mich auch ob ein Wolfgang Niesbach zum Beispiel daraus gelernt hat und glaube immer noch ihr habt recht in eurer Beschreibung warum der DFB blöd ist und so weiter und wie schwer das ist ja aber er hat sich schwerfälliger dicker Verband ich bleibe jetzt einfach mal dreisterweise dabei dass das diese dass die ganze Antifaschismusfrage relativ leicht besser zu machen gewesen wäre und das kann gerade ihr habt ja auch beschrieben wie hierarchisch das Ganze aufgebaut ist gerade in so einem hierarchisch aufgebauten Ding muss das doch möglich sein dass der Chef jetzt sagt so Leute das war richtig Mist wer weiß wie die Ansagen waren das machen wir jetzt mal konsequenter ihr achtet ab jetzt mal ganz genau unter anderem mal auf rechtsradikale Sprechchöre in Stadien ich glaube ich glaube die Problematik warum das auch eine Welle geschlagen hat ist dass in einem Verband wie dem DFB immer noch sozusagen vielleicht als nicht als Leitlinie des Verbandes oder nicht als vorausgetragenes Transparent oder als Schlaglinie existiert Fußball und Politik gehören nicht zusammen dass ich glaube dass das immer noch sozusagen verankert ist und dass in dieser auf diesem irgendwie Nährboden oder auf diesem Konsens sozusagen eine Neutralisierung des Wortes Faschisten stattgefunden hat und genau das ist das Ding das ist genau das Körnchen an dem man sich dann reibt oder an dieser Grundlage weil das ist also Antifaschismus ist ja nichts Linkes sondern ist ja quasi das Zentrum der Gesellschaft so in der wir leben oder das ist ja der mittlerste bürgerliche Grundwert den es gibt finde ich also und das ist ja nichts Linkes das ist ja ein Konsens das ist ja eine Selbstverständlichkeit eine Selbstverständlichkeit aus dem eben viel viel anderes eben auch folgt mal gespannt ob die das jetzt kapieren und wie sie danach handeln ich würde nicht unbedingt darauf warten ich würde wetten dass es in naher Zukunft einen Fototermin gibt wahlweise mit Nationalspielern vielleicht auch nur mit einer Jugendnationalmannschaft keine Ahnung vielleicht ein Jugendländerspiel und da wird der DFB genau das was ich glaube Wolf gesagt hat oder du gesagt hast Christoph ein Mannschaftsfoto mit dem kompletten Spruchband machen das glaube ich nicht weil das so breit ist dass die Mannschaft so klein drauf wäre das wäre vom Fotografischen gar nicht machbar kriegt man hin da haben wir ja kreative Köpfe die wir schaffen also das glaube ich schon um jetzt doch noch den positiven Bogen zu schlagen es findet am Wochenende statt das Fanclub-Turnier des FC St. Pauli hier am Mellantor vor einem völlig unverhüllten Schriftzug kein Fußball den Faschisten und es findet am folgenden also das ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am nächsten Wochenende am Donnerstag startet bereits die Mellantor Gallery Teil 4 und bis Samstag kann man da wunderbare Sachen hier sehen werden wir alles verlinken könnt ihr euch da nochmal genauer angucken und von Freitag bis lustige Sachen erzählen sehen möchte kann um 16.30 Uhr am Samstag dem 31. hingehen dann werde ich nämlich da auch auftreten freue mich sehr drauf okay das war jetzt die Warnung ja danke und von Freitag bis Sonntag findet das statt das Anti-Rad-Turnier mit Internationalmannschaften auch am Millern-Tor auch vor unverhülltem Schriftzug und bei beiden Turnieren wird es zu kaufen geben ein T-Shirt welches wir auch verlinken werden mit dem Schriftzug kein Fußball auf der Vorderseite und den Faschisten auf der Rückseite auf der Vorderseite garniert mit einem Ball und auf der Rückseite garniert mit einer Faust die ein Hakenkreuz zerschlägt das Ganze kostet 15 Euro ist in den gängigen Größen erhältlich schwarzes T-Shirt und die Erlöse die wir uns erhoffen in einer niedrigen vierstelligen Summe immerhin werden sich verteilen oder werden gespendet werden an drei Projekte zum einen das Café Exil hier in Hamburg was sich für Flüchtlinge interessiert und denen eine Anlaufstelle bietet für Andocken was ich selber bisher noch nicht kannte als Projekt aber mit am spannendsten von den dreien finde nämlich eine Arztpraxis in der Bernstorffstraße die Platz bietet für Leute ohne Papiere die also keine Krankenversicherung haben insbesondere dann logischerweise Flüchtlinge also auch Ärzte mit verschiedenen Sprachfähigkeiten und zum dritten an Antirassista also das USP-Projekt welches dann das Geld verwenden wird für das Flüchtlingslager in Horst also alle diese drei Projekte werden da dann ihren Teil von kriegen kommt alle kauft das Shirt zur Zeit kriegen wir es einfach organisatorisch nicht abgewickelt einen Versand zu ermöglichen von daher bittet doch wenn möglich Bekannte in Hamburg dass sie euch ein T-Shirt organisieren so ihr selber bei den beiden Turnieren nicht seid sollte es nach den Turnieren noch T-Shirts geben werden wir das dann ganz normal über den Fanladen verkaufen und dann ab Saisonbeginn sicherlich auch einen Versand bewerkstelligen können wer das alles gar nicht hinkriegt der sei noch an Pink Macabre verwiesen die haben auch ein T-Shirt und da kann man das auch bestellen schriftlich beziehungsweise über der Website pinkmacabre.de und die haben auch noch den Vorteil dass sie verschiedene Farben des T-Shirts leisten können also da kann man dann auch für seinen Verein in der entsprechenden Vereinsfarbe so ein T-Shirt erstellen wollen wir zusammenlegen und Jens Grüttner eins schicken reicht das wäre lustig reicht auch die T-Shirt Rückseite damit er den Spruch einmal richtig lernt das sollten wir tun ja ich finde ich finde ich eine gute Idee machen wir mit Fototermin mit Fototermin mal sehen vielleicht ist der DFB jetzt dermaßen verängstigt dass er dann auch gleich den ganzen Übersteiger irgendwie nach Frankfurt einlade und ihr könnt auch mal lecker essen gehen schweigen ja vor allem mit Konstruktionen da sind die nicht richtig stimmt ne stimmt das war natürlich Quatsch aber grundsätzlich das T-Shirt nach Frankfurt zu schicken finde ich ist eine gute Idee ja sollten wir machen und wir sind wirklich einfach gespannt was machen die daraus reagieren die überhaupt genau reagieren die überhaupt trauen sie sich jetzt gar nicht mehr zu reagieren macht er ein Selfie reagieren sie sogar so dass ich sage okay ich bin überrascht sie haben echt was geschnallt er macht ein Selfie und veröffentlicht auf Twitter das wäre super das hätte mit keinem Fußball drauf das ist eben die Frage mit keinem Fußball oder mit ja ein Rückenselfie wie geht das krass Rückenselfie wir werden albern da haben wir jetzt auch einen Titel für die Folge Rückenselfie ja gute Idee nach knapp drei Stunden ja wir gehen in die Sommerpause fast ich führe schon wieder draußen die Vögelzwitscher wir werden keine Saisonprognose an dieser Stelle machen wir werden auch noch nicht sagen wann wir uns wieder treffen weil wir noch nicht drüber gesprochen haben aber wir werden sicherlich die nächste Folge vor Saisonbeginn planen ich gucke mal in die Runde eifriges Nicken wo wir uns dann darüber unterhalten werden wen wir neben Bubala und Görlitz noch so alles verpflichtet haben und ob Hakan Schalanulu denn auch zu uns kommt ja alles weitere dann in der Sommerpause in diesem Sinne möchte noch jemand ein Fazit nach einem nach einer Saison Milan-Ton loswerden es war sehr schön es hat mich sehr gefreut die 90 Minuten die wir uns mal vorgenommen haben krass eingehalten stimmt der Ball ist rund und ein Podcast dauert 800 Minuten ich glaube das Ding ist das Problem ist nämlich dass nach 90 Minuten das Spiel immer noch unentschieden ist und wir die Verlängerung brauchen und Elfmeterschießen und das K.O. System noch nicht sozusagen richtig verinnerlicht haben außerdem müssen alte Diesel erst warm laufen ein Podcast ist wie eine Relegation gut nur nicht so spannend und länger schöne Sauerpause und Fußball kommt eigentlich auch nur relativ selten drin vor das ist so ein Moment wo wir Christoph leise ausgehen ja und hey Jude wurde auch ausgefädelt ich glaube wir brauchen neue Kopfhörer weil die vom HSV die knistern immer also ich glaube da ist irgendwie so eine kleine astrale Kurzschlussreaktion eingekoppelt ich werde Sven darauf hinweisen beziehungsweise er hört das ja sicherlich alles klar schöne Sommerpause schöne Sommerpause tschüss tschüss tschüss